Meine Damen und Herren, Sie sind dabei, neue Folge mit die zwei und mein Kollege Fleischhammer mit einem fantastischen T-Shirt ist am Start. Hallo, wunderschönen guten Abend, Fleischhammer. Ich finde deine T-Shirts immer geil. Meine T-Shirts, danke. Ich mag das Bud Spencer, mag ich unheimlich gern. Dann das, war das ein Beatstex? Nee, das mit diesem Geschnörkel drauf. Mit dem Geschnörkel, das ist Foo Fighters. Foo Fighters war das, genau. Und jetzt hat er heute eins an, könnt ihr natürlich nicht sehen beim Podcast. Das sieht so ein bisschen aus wie Punisher, ist aber der Reaper von Overwatch. Also so auf einem schwarzen Shirt, so einen Schädel. War das der mit den Pistolen? Das war der mit den Schrotflinten, genau. Der hatte so zwei... Schrotflinten hat der, ah, genau. Also Akimbo, ne? In jeder Hand eine. In einem schwarzen Gewand. Ja, das sieht echt cool aus. Ja, da sind wir wieder. Schön, freu ich mich. Zehnter, Zehntag. Könnte auch eine komische Folge werden, wir werden sehen. Dir geht's nicht so gut. Achso, ja, nö, nö. Das muss man immer zum Anfang sagen, wie Befindlichkeiten ist, damit man auch gleich einordnet. Alles für den Dackel. Da muss man, äh, da muss man was erwarten oder nicht. Was? Ein bisschen schlecht ist mir heute. Ja. Ne, einfach der Tag ist komisch gestartet. Wir haben heute, ähm, ich hatte heute zwei Rest, Freizeittage nennt sich das bei uns so. Freizeitausgleich sozusagen. Meine Frau hat auch frei. Wobei, die hat irgendwie bis Anfang November jetzt frei. Die müssen Überstunden abbummeln in der Firma. Bis Anfang November hat sie frei. Ja. Also wir haben davon eine Woche Urlaub. Also fünf Tage jetzt noch, was haben wir jetzt, zehnte, zehnte. Also 20 Tage, davon ist fünf Tage Urlaub. Krass. Und dann sind ja noch ein paar Wochenenden, ja. Ja, die müssen, die haben, meine Frau, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die arbeitet sehr viel. Also in den Abrechnungsmonaten macht, die macht ja Gehaltsabrechnung. Und in den Abrechnungsmonaten sind die so, dass sie so Crunchtime haben, wo die manchmal auch zehn Stunden arbeiten. Die haben so eine Deadline, die sie einhalten müssen. Ja, die Gehälter müssen. Damit die Leute ihr Geld kriegen. Genau, genau. Das ist das Thema. Und da bauen die sehr viel Überzeit auf. In diesem Zeitraum. Weil das muss ja irgendwie, das kannst ja nicht einfach viel arbeiten. Du musst ja auch irgendwie, der Abbau aufbauen können. Ja, genau. Und jetzt haben sie zum ersten Mal seit Jahren Order von ganz oben, dass diese Überzeit abgebaut werden muss. Die dürfen auch nur noch gewisse Zeiten arbeiten. Also wenn sie dann, keine Ahnung, Monatsabschluss so und so lang arbeitet, dann muss sie, dann hat sie zum Beispiel Freitag, hat sie nur zwei Stunden gearbeitet. So, die müsste es, also da ist der Arbeit, finde ich gut, weil ich fand es immer schwierig. Also man kann auch mal länger arbeiten und auch, weißt du, über die Zeit hinaus. Ja, ja, aber nicht irgendwie so. Das ist ja schon fast akkord. Aber nicht geplant. Also das finde ich irgendwie doof. Und jetzt haben sie es so eingeführt, dass sie es schon länger arbeiten, aber dann halt abbauen müssen. Und jetzt muss sie erst mal ihr Überstundenkonto abziehen. Ein gutes Stück. Ja, krass. Ja, finde ich gut. Jetzt will ich jetzt mal ein bisschen Gerechtigkeit da in den Laden. Ja. Haben die eine neue Geschäftsführung oder was? Oder ist das jetzt einfach? Nee, einfach neue Ideen. Okay. Einfach neue Ideen. Wahrscheinlich irgendein Manager hat mal gedacht. Warte mal. Ey, lass mal. Unser Erwerbvollst ist gut. Wir bezahlen ja mal die Überstunden, bezahlen wir ja mehr im Endeffekt und wir müssen die noch zurücklegen in Finanzform. Das ist nicht gut. Ja, ich denke mal, irgendwann müssen sie es ja mal abbauen. Ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Auf jeden Fall hat es jetzt frei und ich habe mir dann passend, auch heute Morgen, habe ich mir zwei restliche Urlaubstage oder Freizeittage da genommen und dann haben wir heute die Zeit genutzt, meinen Bruder mal wieder zu besuchen. Und da haben wir so ein bisschen gequatscht, weil über dem ändert sich jetzt was. Ich habe immer erzählt, dass dann, habe ich es erzählt? Doch, habe ich erzählt, dass er ein Restaurant hat. Das ist ja ein Restaurant, das hast du mal erzählt. Genau. Und da ziemlich übers Ohr gehauen worden ist, was erwartete Umsätze angeht und Personal und das ist alles schrecklich und riesenverschuldet und also richtig so ein, weißt du, wo du dann hier, wo dann RTL 2 kommt und macht eine Toku draus. Oh, krass. Das hast du, glaube ich, so noch nicht erwähnt. Ja, also die haben es jetzt für sich so hingedreht, dass sie halt kein à la carte Geschäft mehr haben, sondern am Wochenende so Veranstaltungen, Geburtstagsfeiern und damit kommen sie praktisch dann so auf Null raus am Ende des Monats, um sich nicht völlig kaputt zu arbeiten. Oh, okay. Weil er hat ja parallel auch noch einen kleinen Supermarkt und das ist halt insgesamt zu viel. Einen Spätshop oder was? Ne, ne, einen richtigen Supermarkt, richtig großen, mit Land, also mit lokalen Produkten ganz viel, haben heute auch wieder angekauft, so mit, mit. Der gehört deinem Bruder? Ja. Der hat auch, ich weiß nicht, ob ich jetzt, ne, 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 nur null, ganz eigen. Ne, ne, nicht erzählen. Der hat, ja, ja, ich versuche gerade, ich muss gerade ordnen, was ich erzähle. Der hat bei einem sehr großen Unternehmen dort im Norden, nähe Kassel, gearbeitet mit seiner Frau zusammen und die haben dann beide irgendwann, hat das Unternehmen Arbeitsplätze abbauen müssen und, oder wollen und dann haben sie Abfindungsprogramme angeboten. Ja. Und da haben die, glaube ich, zweieinhalb Jahresgehälter Abfindung gezahlt. Okay. Und sie haben beide sehr, sehr gut verdient, also ordentlich, weit mehr als ich hier wahrscheinlich verdiene mit allem, was ich hier so mache. Okay. Und dann haben sie die Gelegenheit genutzt und dann macht man irgendwie, ich glaube, aus steuerlichen Gründen macht man ein sogenanntes Sabbatical, also dass man ein Jahr lang nichts arbeitet und nur von dieser Abfindung lebt und das haben sie halt angenommen, haben ganz viel Urlaub gemacht in der Zeit und haben dann gedacht, hier, wir machen nicht mehr diesen Job, weil das war schon ziemlich verantwortungsbewusst, also mein Bruder hat so Termingeschäfte gemacht, wo es um sehr viel Geld ging und so weiter, also wo sehr viel Verantwortung war, was ihn auch dann über die Zeit ziemlich aufgerieben hat. Ja, okay. Und da hat er gesagt, er will das nicht mehr und dann haben sie praktisch in ihrem Ort, wo sie leben, die sind halt da wirklich auf dem Land, haben sie einen Hofladen übernommen, also einen Supermarkt sozusagen, nicht mit Landwirtschaft dran oder so, sondern einfach so mit Kaffee-Ecke, regionalen Produkten wie Wurst, Brot, Honig, so alles, was in der Region halt produziert wird und das läuft auch sehr gut, das haben sie über Jahre gemacht und dann kam irgendeiner um die Ecke und sagte, hier, wir haben ein Restaurant und das ging halt so, ja, ihr müsst keinen Abstand zahlen, ihr müsst nur den Einsatz, hier die Grundmiete, ganz niedrig, alles gar kein Problem, ist ja alles super und das hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert nach einem halben Jahr, dass es halt schwierig ist in der Region, a, fähige Mitarbeiter zu bekommen, Köche und so weiter, die auch bezahlbar sind und dann sich auch tragen und dann haben sie im Endeffekt, steht meine Schwägerin in der Küche, die kocht saugeil, also wirklich, muss ich wirklich sagen, ich war schon in verschiedenen Regionen Essen und auch von billig bis teuer und das Essen doch ist grandios, also sehr, sehr gut, aber es ist halt nicht machbar, neben einem Laden mit Angestellten und Verantwortung und dann da noch Fulltime und finanziell sich kaputt arbeiten. Die haben einen Vertrag für drei Jahre unterschrieben und sind jetzt praktisch im zweiten Jahr und jetzt sieht es so aus, toi 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 hier auf Holz geklopft, dass sie jetzt raus können aus dem Vertrag vorzeitig mit einem kleinen Schmerzensgeld, was sie zahlen müssen, so einen Abstand, weil sie halt früher rausgehen. Ja, es ist halt völlig verarscht, von vorne nach hinten. Genisch, genau, und dann musst du dann Abstand zahlen dafür. Hat mein Bruder auch heute gesagt, weil sie gesundheitlich beide am Arsch, mein Bruder mit Burnout und allem möglichen und richtig am Arsch, also ich habe den lang nicht so fertig gesehen, ja, jetzt wie in den letzten Monaten. Alles schlimmer als vorher sozusagen. Genau, von leicht stressig zu super stressig und jetzt sieht es so aus, als können sie raus und ich habe mir auch angeboten, den Abstand dazu zahlen, aber wollen sie nicht. Sie hätten noch Geld und ja. Und ich habe schon immer, die schon die ganze Zeit gedacht, hier mal irgendwie fragen, was sie in der Woche an Geld brauchen, dass ich das übernehme, dass sie mal in der Woche Urlaub machen können oder so, weißt du, so ein bisschen immer den Kopf freikriegen, weil das ist wirklich, jetzt hoffe ich echt, dass sie rauskommen, weil die beiden sind echt so, so tolle Menschen und haben sich aber so verarschen lassen und Gastronomie ist halt in allen Bereichen, ob billig oder teuer, problematisch, ja. Ja. Es ist halt überall, ob es teure Restaurants sind oder billige. Ja, es ist auch so ein, naja, erzähl es mal weiter. Also sowas kenne ich, so eine Restaurants, weißt du, die, ich hatte in meiner Heimatdorf hatte ich so eins, das hat jedes Jahr fast schon den Besitzer gewechselt, weil das halt, also das muss so, genau so ein Ding sein, weißt du, wo man dann was hoch versprochen hat und dann kam dann doch kein Kunde. Und hier im Nebenort ist seitdem wir hier wohnen auch so ein, das nennt sich Rittergut, das ist auch seitdem frei. So und dann habe ich auch immer so, weißt du, so in mir so, oh, das ist so ein Traum, weißt du, so ein Restaurant ist irgendwie beziehungsweise so ein, ja, einfach so ein Treffpunkt mit ein bisschen Essen, ein bisschen Musik und ein bisschen übertrinken, so. Ja, ich verstehe. Würde ich schon feiern, irgendwie sowas zu haben. Aber das, da steht halt seit vier Jahren jetzt da leer, also das, das wird da auch entsprechend genau so ein Ding sein, so eine tote, keine Ahnung, wir sind halt auf dem Land. Genau, das ist dort auch das Problem, ist halt wirklich JWD und dann ist das Restaurant noch so in so einem Wohngebiet, brägt hinten rein, also es ist auch nicht mehr irgendwie in der Straße oder irgendwie, dass man das sehen könnte, ist ein Riesenscheiße und halt auch von dem eigentlichen Besitzer halt beschissen worden, ja, so in vieler Hinsicht sind jetzt alles Details, die ich nicht hier erzählen will, aber so richtig kacke, so wo du richtig mitkriegst, so, Alter, die haben den einfach hart verarscht. Da hieß es so, er macht so ein bisschen den Entertainer, mein Bruder kann das so ganz gut, ich meine, es liegt irgendwie an der Familie. Keine Ahnung warum, ja. Und da hat er dem so praktisch, wie sagt man das, die Möhre vor die Nase gehalten und hat gesagt, naja, da machst du so ein bisschen Entertainer vorne, betreust die Gäste, weißt du, so Gastgeber spielen und alles gar kein Problem. Also klang damals für mich schon, als er so von erzählt hat, schon so, äh, du hast schon so viel Kram erzählt in deinem Leben von irgendwelchen tollen Möglichkeiten, aber da meine Schwägerin als, weißt du, Ingenieurin und bla 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 und sehr. Die war da mit Feuer und Flamme? Nee, die hat da mit, hat gesagt, das ist alles safe und da hab ich gesagt, na gut, wenn sie das sagt, alles cool. Ja, war dann doch nicht so geil. Naja, und dann haben wir uns heute halt getroffen und ich hab mir halt angeboten, da auch den Abstand zu übernehmen, weil dann müssen sie keine Schulden machen oder sowas. Egal. Und da haben wir so ein bisschen bequatscht darüber, haben uns mal wieder gesehen, dann haben sie uns, sie haben auch so, die bieten so Frühstück an, die haben praktisch so eine große Kaffee-Ecke mit vier, fünf Tischen, wo man auch frühstücken kann und das, ey, supergeiles Frühstück, wirklich. Ich hab auch zu meinem Bruder gesagt, wenn ich hier in der Nähe wohnen würde, ich würde mir regelmäßig, würde ich mir da irgendwie so sonntags so, würde ich mich zum Frühstück da hinsetzen, weil das ist so, na sonntags haben sie nicht oft, das ist Quatsch, aber so auf so einer Schieferplatte dann so, war so die Wurstplatte, weißt du, so ein Stück, also macht man auf den Restaurants auf so einem Schieferstück, kamen dann so so die Belege mit, da ein bisschen Marmelade, da ein bisschen regionale Wurst drauf, ein Pfefferbrötchen hab ich gegessen. Was ist das denn? Das ist ein Brötchen, wo anscheinend frisch gemahlener Pfeffer mitverarbeitet wird und es hat dem Ganzen so zu was Herzhaften so eine leichte, wie so frischer Pfeffernote gegeben. Aha. War super lecker, hab ich so mit ein Stück Kammerbär drauf und dann so Tomaten und das war so richtig, ich dachte so, boah, das Brötchen schmeckt ja geil, sagt er ja, so ein Pfefferbrötchen. Na krass. Sind halt auch vom regionalen Bäcker. Das ist ja schade, da hört sich so an, als wenn er sich so richtig Mühe gibt auch, weißt du, und dann. Ja, also man muss jetzt nochmal, das ist getrennt, das ist in seinem Laden, den Behälter auch, den wird er auch weiter betreiben und das andere Restaurant. Ach, das war jetzt in seinem Laden? Genau, das ist in seinem Laden, die haben praktisch. Ja, gut, da kann man, verlege ich den Überblick ganz klar. Genau. Ja, und hab so richtig gemerkt, auch der Laden hat so ganz viele besondere Produkte, einmal regional, aber auch so, was weiß ich, so ein halbes Regal ist dann irgendwie so Produkte aus Holland. So, weißt du, Süßigkeiten, so besondere, irgendwie so Marshmallow irgendwas. Also er hat auch, wir haben nicht viel Angebot, das ist kein riesiger Laden, also wir haben so, aber auch keinen Mini-Tante-Emma-Laden, also mittelgroß mit halt Kaffeebereich dabei und diese ganz besonderen Produkte, das finde ich echt gut. Wie viele Mitarbeiter hat er da? Zwei oder drei meine ich. Okay, nicht so viel. Zwei, ja, die stehen ja halt auch selber mit drin. Das Ding hat halt von Montag bis Samstag, glaube ich, offen und. Ja gut, dann ist klar, dass du nicht nach Sonntag irgendwie Restaurant aufmachen willst, ne? Also das ist ja aber auch. Ja, das war alles anders geplant und ich glaube. Ja, naja. Also beide finanziell sich da wirklich richtig viel Kohle gehabt und alles viel verbrannt, ja, also wirklich sehr viel, wirklich sehr, sehr schade. Er hat gesagt, ich will mal endlich wieder ganz normal leben, also nicht nur einfach nur Stress haben permanent. Ja. Ja, das ist echt schade. Ja, jetzt sieht es halt so aus, toi, 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 dass sie jetzt rauskommen zum, jetzt schon zum ersten Elfen, finde ich top. Habe ich auch gesagt, hier, ich freue mich tierisch für euch, weil ich habe bei jedem Besuch bemerkt, wie schlecht es denen geht. Ja. Da ist er beide massiv überarbeitet und einfach nur im Stress, ja. Das ist einfach ein permanentes Arbeiten und für nix, weil es ja auch nicht denen ist. Also der Laden gehört ja nicht denen, sie müssen ja die Miete zahlen und alle. Du, äh. Hinter mir ist ein Kater, ja. Darf ich dich kurz unterbrechen hinter dir? Hat man, glaube ich, auch in der Aufnahme jetzt gerade gehört. Da ist ein Kater, da ist, naja, ist das ein Kater oder hast du da irgendwie ein... Ne, ist ein Schaf. Das sieht aus wie ein Luchs, aber... Jamie. Schwanger. Schwanger Luchs. Da bin ich böse, aber... Ja. Die Katze muss... Ey, die muss... Er ist auch riesig. Der hat so... Ich glaube, in dem Kater ist ein Main-Kun mit drin, weil der hat so riesige Tatzen. Also wenn du so seine Tatze in die Hand nimmst, das ist wirklich riesige Pranken. Das ist wirklich... Der ist insgesamt so massiv. Du merkst, dass du über ihn sprichst. Der Schwanz sagt... Ah, die Frise. Ne, der macht jetzt seinen... Also sein... Das ist nicht normal. Jetzt macht er selbst für Freddy Jung. Jetzt macht er selbst für Freddy Jung. Nein, nein, der putzt sich. Ja, der putzt... Klar, anders würde ich es auch nicht nennen. Ne, alles gut. Er hat halt... Es sah halt gerade schwierig aus, weil er das komplette Ding da oben einnimmt. Der füllt den Kratzbaum aus auf jeden Fall. Er ist ja auch ein riesen Ding. Er hat aber schon... Hat jetzt... Was hat er abgenommen? Ich muss mal kurz auf... Wir haben eine Tabelle. 27 Gramm. Ja, der muss abnehmen, sonst lebt er nicht lang. Also der... Das ist einfach... Das ist einfach viel zu schwer. Ah... Halbes Kilo knapp. Mhm. Was so... Ja, er ist schwierig. Im Moment ist es schwierig durch den Kleinen, weil der klaut an allen Necken und Enden und... Es wird wahrscheinlich nie schlank sein, aber es ist halt... Man merkt schon, dass es ihm jetzt zu schaffen macht. Er ist jetzt auch neun Jahre, das ist so um die 50. Oder knapp neun Jahre. Das wird halt nicht besser. Ne. Aber jetzt durch den Kleinen hat er vielleicht ein bisschen mehr Bewegung. Gesungenermaßen, weil er ständig durch die Wohnung gejagt wird. Und weil... Oh ne, der Kleine kommt, ich geh wieder ins Nebenzimmer. Ja, der ist schon hart gestresst. Also da muss man schon sagen. Also der... Der Marley haut dem mal eine und spielt auch mit dem so, aber er ist nur... Das ist schon ein Problem. Also Jamie ist schon da nicht grad amused. Der ist eigentlich ein ganz ruhiger und er ist so ein schmusiger. Und jetzt kommt da so ein Stressfaktor mit rein. Das ist nicht gut. Also merkt man richtig, dass er da Probleme mit hat. Krass. Aber es ist jetzt nicht so, dass er da... Das wird sich erstmal nicht ändern, ja. Naja, es ist auch nicht so, dass er sich... Also er legt sich auch zum Beispiel dann irgendwie im Flur auf den Teppich und neben den Kleinen oder der Kleine kommt hin, das... Achso, das geht dann schon. Also es ist nicht so, dass die sich permanent... Aus dem Weg gehen, ja. Genau, ja. Okay, verstehe. Das ist schon okay. Also wird er sich schon dran gewöhnen. Beziehungsprobleme. Im Hause. Ja. Ja, ist schon doof gewesen. Ich meine, wir wussten es ja. Normalerweise holt man einen kleinen jungen Kater zur Älteren. Das ist zu ein großer Abstand. Das ist einfach... Da kannst du so mit... Zu Katzen, die ein, zwei Jahre alt sind, da kannst du was Junges dazu holen. Das funktioniert ganz gut. Aber zur Älteren ist oft schwierig, weil... Zu aktiv und... Gut, warte mal ab zum Jahreswechsel. Wird ja dann irgendwann mal kastriert werden, dann verändert sich das sowieso wieder massiv. Nein. Dann würde ich mich auch massiv verändern, wenn da einer... Nee, ist nicht wahr. Stimmt nicht. Nee. Entschuldigung, das ist so Sage. Aber ich kann nicht... Ich bin schon lange verheiratet. Das ist nicht... Im Moment, das ist ein Unterschied, ob du die Samenleiter durchgetrennt bekommst oder ob die Dinger komplett entfernt werden, weil da ist ja noch irgendwie Hormonproduktion mit drin. Also es verändert einen Kater schon, wenn da komplett alles rauskommt. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Naja. Naja, es ist ganz normal. Also gerade Kater, deswegen haben wir auch Kater, weil die einfach gechillter sind. Ach so? Ja. Und gerade wenn sie kastriert werden, sind die noch gechillter. Dann sind die nur noch so... Ey, Dude. Ach. Ey, Dude. Was zu essen, Dude? Keine Pane, kannst du gleich die Dose aufmachen, Alter? Ja, was ist denn los? Ich wäre auch gerne ein Kater. Ja, bei mir wäre ich auch Kater. Ich wäre auch gerne ein kastrierter Kater. Ja. Oh Mann, Dude. Dose. Schön, ja, okay. Also, und jetzt bist du wieder da und du... Genau, da sind wir heute Morgen hingefahren und zurück und das Navi hat irgendwie wegen einer Vollsperrung hat uns bei Hin- und Rückfahrt irgendwie über die Käfer geleitet und da oben ist ja wirklich so... Also es ist ja wirklich eine andere Welt da oben, Richtung... Ja, wie heißen denn die Orte da oben? Wo sind wir denn da durchgefahren? Die Eder ist da, glaube ich, ein Fluss heißt die Eder. Gibt es einen Fluss Eder? Fluss Eder, weil wir so... Meine Frau so, oh, guck mal Eder. Meist der Eder und sein Pumogla. Ja, lustig. Guck mal, ja genau, in Richtung Kassel. Die fließt die Eder, das ist da in der Nähe rum. Und da ist wirklich, wenn du da aufs Dorf fährst, da sind Straßen, die sind 50 erlaubt, also im Ortbrennen meine ich jetzt. Das ist gar nicht möglich. Also klar, wenn irgendwie... Wie willst du denn mit 50? Wie willst du denn durchfahren mit 50? Das sind vielleicht für ein Motorrad. Oder für Trecker, das kann man... Das ist für Trecker mit 50, ja. Also wirklich ein Straßen und dann auch oft so Wege zwischen den Orten, die haben keinen Mittelstreifen, also keine Markierung und die Straßen sind auch so schmal, dass du halt so gerade vorbeikommst und dann ist es meist auf 70 beschränkt in der Region. Und dann überall halt Hofausfahrten und das ist echt... Puh, also ich komme ja auch vom Dorf und das war auch schon kritisch, aber das ist... Da sind so Momente dabei, denkst du so... Alter, kannst du mal ein Schild aufstellen, dass hier eine Kurve kommt? Ich dachte, musst du wirklich gut reinbremsen, um die Kurve dann noch zu kriegen, weil ich völlig überrascht war. Also... Das kenne ich tatsächlich, so dieses... Für die Ortskunien normal und für dich, wo du denkst, hier stand doch 50, wie soll man mit dieser Kurve mit 50 ballern? Das ist ja schon ballern. Verstehe ich nicht. Ja. Ja. Also, aber dir geht es schon besser, halt das Gefühl. Ja genau, achso, um zurückzukommen, was mir schlecht geht, jetzt haben wir schon wieder... Genau, ich bin schon wieder am Redefuß. Tut mir leid. Nein, du alles ja. Die Wahrheit darf man sagen. Ich habe heute Morgen, kurz bevor wir losgefahren sind, dann habe ich einen so einen Scheiben Brot mit Käse drauf gegessen. Dann war mir zu wenig, dann hatte ich noch einen American Pancake im Kühlschrank und habe den mit Schoko gegessen. Und ich glaube, der Schoko hat meinen Magen so übersäuert, dass es mir irgendwie schlecht geworden ist. Und gerade bei diesem Kurvenfahrt über das Kaff da, da wurde mir richtig schlecht. Es war wie so, wenn du Achterbahn fährst, weißt du, so diese Möglichkeit. Die kam so schleichend, hat sich immer mehr aufgebaut. Und dann waren wir aber auch schon da, dann haben wir gut gegessen und es war alles schick. Und beim Rückfahren wieder über die Käfer und mir wird immer schlechter. Bis ich dann irgendwie in so einem Kaff an so einem Rand anholten müsste, da war so ein Friedhof, da bin ich die Strahle, weil ich natürlich nicht von Friedhof kübeln wollte. Ich muss echt kotzen. Ich bin hinten in so einem Busch an so einem Umspannhäuschen und habe so gedacht, scheiße, was ist denn jetzt los? Mir war richtig kotzübel. Und das war wirklich, also beim Autofahren normalerweise bin ich so konzentriert, dass ich wirklich in schon vielen Zuständen Auto gefahren bin und ging eigentlich, aber das war wirklich grenzwertig. War so richtig speiübel. Jetzt geht es so langsam. Wir haben jetzt was Warmes gegessen, sind nach Hause gekommen, viel getrunken und jetzt geht es mir langsam ein bisschen akklimatisierlich, aber ich bin echt Matscher. Ja, und dann natürlich auch fünf Stunden Autofahren, das ist halt jetzt auch nicht so geil insgesamt. Also hin und zurück. Egal, es war aber schön mal, wie soll ich das sehen? Fünf Stunden hin, fünf Stunden zurück. Nee, nee, es sind so zwei Stunden, zweieinhalb, wenn du über die Käfer fährst, ja. Aber es ist halt auch interessant, mal so ein bisschen was vom Land zu sehen. Man kommt ja durch solche Orte, wo ich immer denke, ach, hier ist aber schön. Bist halt wirklich ab vom Schuss, aber es ist halt so, so. Es ist halt ein leiserer Schuss. Nee. Es ist wirklich alles so mini-mini und die Natur da oben ist halt echt geil, so rum Kassel rum, so die Kasseler Berge. Das ist alles sehr, die Landschaft ist schön und ja, sehr viel Windräder hatten wir uns ja eigentlich auch kaum. Achso, das ist bei uns auch alles voll. Ja? Okay. Hier sind die Windregion für Brandenburg. Keine Ahnung, ob das so ist, aber hier stehen wirklich viele, ja. Ich habe mal gesehen, dass da irgendwie anscheinend, wenn so Windräder in Nähe stehen, kann das zu so Resonanzen kommen, irgendwie so zu so einem Brummen. Also wenn du sehr nah dran bist, das wird es anscheinend über die Erde übertragen. Also deswegen wollen viele Leute nicht, dass irgendwie so im Feld hinten hinter den Häusern noch ein Windrad steht, weil die sehr viel Vibrationen erzeugen können. Ja, ja, ja. Und das ist dann so. Das Argument habe ich gar nicht noch nie gehört. Eher so verwirrte Vögel, Windgeräusche. Kenne ich mir überhaupt nicht aus, was da für Nachteile sind. Nee, das sind so, ach, Nachteile, Nachteile, Schmachteile. Ach, tatsächlich. Ich meine, im Vorgarten will das keiner haben. Das macht ja auch Sinn. Also da bin ich ja bei dir. Aber die Abstände zu den, zum Feld oder beziehungsweise zu den Dörfern sind eigentlich groß genug, finde ich. Ja. Aber wer bin ich? Ja, da oben auch. Also da ist auch eher zwischen den Orten, ne? Genau. Das ist ja krass. Ich war letztens mit Jack bei so einem Ding und stand nicht unter so einem Ding. Da war ich, genau, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Das ist schon ein paar Tage her. Aber ich habe so eine Umfahrung machen müssen, habe eine Abkürzung genommen und dann, das war dann so mein Arbeitsweg, weil ich hier viel gesperrt war. Und dann bin ich direkt an so einem Ding vorbeigefahren. Und da habe ich ja auch noch nie gesehen, wie das ist, wenn du direkt da drunter stehst. Wo das markt montiert ist und so weiter. Ja, genau. Und dann bin ich da mit Jack hingefahren. Er hat sich ja kaum mehr eingekriegt, wie hoch das in echt ist. Ja, krass. Und dann ist da auch nebenan so eine Kiesgrube und die ist aber schon wahrscheinlich so 30, 40 Jahre nicht in Benutzung. Aber ist auch kein Wasser drin. Also sieht das von oben so aus, als wenn es so eine abgeschottete Welt ist, weißt du? So, wie als wenn du über einen riesen Berg kommst und dann siehst du so einen Vulkankrater. Voll lebend. Der sieht voll krass aus. Na, cool. Und das Bäuchchen in der Nähe kam man da drauf? Oder wahrscheinlich nicht? Ja, könnte es doch raufgehen, ja. Ja. Oder ist da so ein Schild Elternhafen für ihre Kinder? Ja, sowas stimmt, nö. Wahrscheinlich, oder? Naja, da gibt es nebenan noch einen Teil der Kiesgrube, die wird auch hier nutzt. Ah, okay. Aber da steht sowas, ja. Mhm. Ich fand das immer beeindruckend. Absolut. Wir haben hier ein paar. Wir haben hier ein paar in der Nähe. Ein paar sind sogar zu sehen geworden. Und dann war da so ein Bagger sogar noch drin. Also du warst auch tierisch verboten, da drin zu baden. Und der Bagger war, da konntest du halt echt den quasi raufklettern. Ach, der Bagger war noch im See. Ach was. Ja. Wahrscheinlich voll die Schwermetalle irgendwo da rausgeschwemmt. Hör auf, hör auf. Na ja, jetzt wo du saßt, hat keiner drüber nachgedacht. Also das war völlig egal. Ja. Tauchen mit Augen zu ist auch keine gute Idee. Da sind überall Stangen gewesen. Ja, ich wollte gerade sagen, Versetzungsgefahr. War das da voll? Oh, da kriege ich einen zu viel gerade. Ich mir das vorstelle. Ich glaube, das kommt auch, weil du Vater bist. Ich glaube, wenn du ein eigenes Kind hast, denkst du in solchen Situationen nochmal anders nach, als wenn du da für dich selbst verantwortlich bist. Ja. Das stimmt. So ist es. Und weiter? Wollen wir zu Kommentaren kommen? Ja, genau. Hätte ich gesagt. Wir haben es jetzt beim letzten Mal schon verschoben, bevor wir uns jetzt hier wieder in irgendwelchen anderen Themen festquatschen. Wir hatten jetzt gesehen, dass man Kommentare freigeben muss. Das war nicht ganz klar vorher. Zumindest bei Spotify. Genau, wir sind jetzt bei Spotify. Die Kommentare zu den Podcast-Folgen bei Spotify, die haben ja seit einiger Zeit die Möglichkeit zu kommentieren. Bei YouTube ist es ja verständlich, wie das funktioniert. Aber hier haben wir manche Kommentare jetzt erst freigegeben. Deswegen, wir haben letztens nach der Folge noch reingeguckt, was wir an Kommentaren haben. Und haben dann festgestellt, es sind ja gar keine. Und dann haben wir festgestellt, es sind auch nicht wirklich viele, aber wir haben ein paar und sind ja nicht minder wichtig. Genau, ich wollte gerade sagen. Waren wir hier mit Frank raus oder war es hier vor elf Stunden? Wollen wir den von neu nach alt gehen? Ach so, können wir auch. Oder von andersrum. Von andersrum? Mach mal von andersrum. Wo waren wir denn? Da war das mit diesem Rahmen, dass du nicht deinen Rahmen lackieren? Das hatten wir aber in der Folge besprochen. Das hatten wir besprochen, genau. Das lassen wir weg. Boah, Alter, wieso war jetzt nicht so zurück? Dann sind wir, also ich habe jetzt vier Stück, habe ich. Ach, hier ist der Mopeds, da ist er. Genau. Und dann. In der Kopfhörerung. Ja, genau, dann haben wir ja nochmal drauf verantwortet. Und O'Johnny hat gesagt, wir haben spät seine Geburtstagsgrüße bekommen. Liebe Grüße zurück. Aber Hauptsache angekommen, sage ich immer. Ich bin auch, also ich bin da jetzt auch keiner, der sagt. Ich hatte übrigens im August Geburtstag. Das ist vielleicht auch nochmal so. Es liest sich auch in der YouTube-Folge so raus, weil wir über die Geburtstagsfeier gesprochen hatten, aber wir waren schon im August. Genau. Wir haben ja beide im August, wie vielleicht viele von euch wissen. Also von daher war das jetzt einfach das Nachfeiern. Also nicht einfach nur, aber es war das Nachfeiern des Ganzen. Das war eine schöne Party. Ihr hattet, ihr hattet, ihr hattet ja erst mit der Familie gefeiert und dann jetzt das. Nee, gar nicht. Mit der Familie noch gar nicht gefeiert tatsächlich. Oder für euch. Unter euch habt ihr gefeiert. Ja, gut, klar. Mit der Familie. Ja, ja, ja. Genau, und dann das mit die Feier, wo auch Mario dabei war. Wo auch Mario dabei war. Schröber. Ihr seht euch ja wahrscheinlich auch nicht so oft, oder? Nee, gar nicht leider. In Hamburg und du? Nee, der wohnt schon seit fast zwei Jahren jetzt hier in der Nähe. Ich durfte das, glaube ich, öffentlich gar nicht sagen, aber er wohnt. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, er wohnt auch noch. Aber okay. Jetzt seht ihr euch öfters? Nee, also nicht so oft. Schon öfter als vorher, definitiv. Aber nicht so oft, wie ich mir wünschen würde, sozusagen. Wir sehen uns jetzt wieder im... Wenn wir diesen Monat oder nächsten Monat schaffen, müssen wir nochmal gucken. Wir wollen zusammen diese VR-Geschichte machen, richtig. Ja, da bin ich gespannt. Ich war ja gestern auch wieder drauf und dran. Hätte fast wieder bestellt. Ich habe so ein Video gesehen von... Ja, alles klar, du bist so geil. Von Linus, also Linus Tech Tips. Linus, nee, Sebastian. Linus Sebastian, genau. Heißt mit Nachnamen Sebastian, Vornamen Linus, genau. Und die haben so ein Ding getestet, wurde festgeschnallt, bisschen wie in so einem Rucksack und am Boden ist eine Platte, wo du mit den Füßen drüber rutschst für VR, um halt die Bewegung zu machen. Das ist von Disney eher von... Kann sein, weiß ich nicht. Also es ist wie so eine Plastikschüssel, in der du rumrutschst mit Aufsätzen unter den Füßen. Also es ist wie so eine große, wie so ein Riesen-Wok, nenne ich es jetzt mal. Nee, okay, wenn nicht, nee. Die machen halt dieses Vorwärtsbewegung, indem du praktisch in dem Wok nach oben... Also klar, das ist ja die Wand vom Wok, die ist ja nicht eben, sondern geht ja hoch. Und dadurch rutschst du schon runter oder was? Genau. Und dadurch hast du diese Laufbewegung. Und auch der Nachteil ist halt, dass du bergauf läufst die ganze Zeit. Weißt du, das ist ja nicht natürlich, wenn du gerade ausläufst, dass du das Gefühl, dass deine... Ja, ja, klar. Das klingt jetzt nicht so... ...den Fuß nach oben gebogen ist. Und das ist schon mal ein Riesen-Nachteil. Und da, in der Verbindung damit, haben sie irgendwie vier Mitarbeiter das testen lassen, von klein und zierlich, leicht, und so ein schwer und Hirnsturz, weißt du so? Ja. Und weil das ja so ein Arm ist, der dich festhält, wie so ein Gasfederarm, der dich praktisch dann so ein bisschen abstützt, dass du halt nicht umfällst. Mhm. Und dann hat der eine nämlich gesagt, jetzt kriege ich die Kurve auch endlich. Sorry, es tut mir voll leid. Ich bin halt so. Nee. Hat dann gesagt, dass er merkt, dass das Ding halt... Also jeder hat gesagt, das Ding ist Schrott, weil du läufst halt hoch und du bist irgendwie nicht gut gemacht. Aber nichtsdestotrotz, diese körperliche VR-Erfahrung, dass du halt rumläufst und machst und sagst, praktisch wie ein Training ist. Also wie ein Fitnesstraining, weil du bewegst dich halt dabei. Die Erfahrung hatte ich auch gemacht mit diesem Tischtennis, weißt du? Ja. Mit dem VR-Tischtennis, was ich normal gezockt habe. Ja, korrekt, ja, definitiv. Und da habe ich überlegt, ich bewege mich ja nicht, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn ich das in Verbindung mit einem Spiel mache, dann ist das leichter. Weißt du, was ich meine? Dann ist das definitiv anders. Das war... Ja. Das ist definitiv sogar so. Ich weiß noch, dass bei meiner letzten VR-Empfahrung war ich auch durch danach. Genau. Da bist du auch körperlich am Ende, weil das halt wirklich, du auch die ganze Zeit die Arme halt bewegst, nicht, also auch richtig bewegst. Oder dieses Bogenschießen, das ist immer, das war auch so, das ist fast schon wie eine Sportübung. Ja, es gibt auch so Training mit Körpergewicht, Körpergewicht? Ja, genau. Eigengewicht, glaube ich, heißt das ja. Und so ähnlich ist das auch. Und da habe ich wieder gedacht, ich muss mal langsam was machen, um mich zu motivieren, ist halt Quatsch in meinem Kopf, weil ich kann doch das alte VR-Headset nehmen, es funktioniert genauso. Definitiv, ja. Du hast eins. Und selbst wenn du eine halbe Stunde Tischtennis spielst, glaube ich. Ja, das ist, also wenn du zu Weihnachten eins kriegst, hoffentlich, also hast du ja erzählt. Oh, ja, ja, ja. Also definitiv 200 Prozent. Also das steht so fest. Ja, das ist gut, das ist gut. Und da habe ich halt gesagt, da freue ich mich drauf, weil dann können wir mal Tischtennis zusammen spielen, weil das macht unheimlich Bock. Oder andere Sportler. Oder, ja, es gibt auch verschiedene Fitness-Sachen oder so ein Beatsaber gibt es mittlerweile auch mit Multiplayer, also ähnliche Spiele. Ja, geil. Dieses, was Mario hat mir das geschenkt, so ein Ballerspiel, wo du im Rhythmus ballerst mit so Akimbo-Waffen in der Hand und dann so Ziele treffen und so. Und ich glaube, das könnte ganz geil werden. Ja, lustig, machen wir auf jeden Fall, ja. Ja, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber Mario weiß es, der hört unseren Podcast. Also Mario, schreib doch mal bitte in den Kommentaren, wie dieses... Ey, Mario. Dieses Rhythmusspiel war. Wollen wir doch mal jetzt ganz kurz, vielen Dank für den Podcast-Folge, also Philipp K. Hatte noch vor 24 Tagen bei Unwetter und Trash-TV, schöner Titel, Folge 271 kommentiert. Bin gespannt, weil das Hörbuch ist. Wahrscheinlich ist die Frage, welches das war. Bestimmt. Also Bios habe ich fertig gehört und es war wieder dieser Leser, der Uwe Teschner. Wirklich, also es hat mich so emotional ergriffen, der Schluss, weißt du, so dieses Finale, so dieses Ankommen, das Leiden hat ein Ende und wirklich so grandioser Science-Fiction-Fly oder Fiktion, sagen wir mal. Das ist echt krass. Hat auch nochmal in den YouTube-Kommentaren hat nochmal jemand geschrieben, dass dieses Thema mit diesem Klonen und auch die vorhandenen Gene irgendwie zu korrigieren und blablabla, gar nicht so viel Fiktion ist, dass das schon gefunden worden ist und eigentlich möglich ist, aber aus ethischen, wahrscheinlich auch finanziellen Gründen nicht machbar und nicht umgesetzt wird. Oder halt schon, aber wir kriegen es nicht. Das wollte ich mir in der Folge noch sagen, glaube ich sogar. Dass das schon genutzt wird, diese Gene-Montflation. Ja, dass es das gibt, dass du da vorher schon, also die machen ja Tests, ob dein Kind behindert ist oder sowas, die machen sie ja vorher. Also wahrscheinlich kennen die das dann noch entsprechend. Gut, anderes Thema. Was, ach, fanden wir mal, der hat auch einen Tipp für ein Hörbuch gegeben, oder? Der Philipp. Ja, das war Survival Quest. So mein erstes Hörbuch, das ich mit Bann gezogen hat. Ja. Okay, das habe ich gar nicht. Ja gut, das muss ich mir mal merken. Ja, cool. Ja, danke für den Tipp. Also ich, Hörbücher habe ich wieder gemerkt, das ist genau das Richtige, weil da kommt die eigene Fantasie zum Einsatz und dir liest zwar jemand etwas vor, aber du siehst ja nichts. Also es wird ja, deine eigene Fantasie beimalt, hier die Bilder, und ich habe echt eine krasse Fantasie. Also manchmal, aber manchmal, wie sagt man so schön, ein Hausverbot im Kopfkino. Ja, das ist, klar. Und dann zu gutem Schluss, wolltest du, lest du vor der Zeit? Frank Raus schrieb, danke für die schöne Folge, das war die letzte, glaube ich, war der letzte, ja. Ja. Zum Thema, der eine lässt den anderen nicht ausreden, wie eine Folge Mapptshow, wo die beiden Opas auf dem Balkon sich drüber streiten würden. Made my day. Schön. Ja, dankeschön, ja, passt ja. Ja, das ist ja, das ist, äh, ich sag mal, wir wissen alle um unsere Probleme und haben auch darüber gesprochen. Genau, richtig. Ja, ist ja so, kann man ja auch so sagen. Ja, ja. Man weiß ja darüber, das stimmt schon. Aber danke fürs Kommentieren. Wir sind auch beides Löwen, das macht es aber manchmal nicht leicht. Nehmen wir es mal so. Ach genau, es kam ein Kommentar zu der Geschichte mit Jack Junior lernt Gebärdensprache. Ja, habe ich gesehen. Hast du gesehen? Es ist wohl keine Gebärdensprache. Gebärdensprache. Das ist mal, aber es sind halt, na dann ist das irgendein anderes Ding. Also die lernen halt, na gut, es wurde erklärt, es stand da, warte, ich muss es mal. Aber das kann doch jeder, äh, das ist die Rabanus-Methode. Aha, okay. Der Necantibos. Necantibos? Okay. Necantibos. Wieder was gelernt, ja. Ich meine, für mich sah das halt aus, oder sieht das halt aus wie Gebärdensprache, weil das halt auch irgendwie Sinn macht. Als du es erzählt hast, war das so, ja, ja. Wir werden sehen, vielleicht machen sie noch was daraus. Mich würde jetzt aber interessieren, ob das halt ein, 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 ein Stummer sozusagen, oder ein, ein Tauber hören, also, ziffern kann, wenn ich, wenn ich buchstabiere so. Verstehst du, das würde mich tatsächlich interessieren. Mhm. Ob das nicht doch was bringt sogar, nicht nur. Ähm, es wird ja engen Sinn haben, und wenn nicht, tut es nicht weh, sag ich mal so, ne? Ja, schon auch wieder. Das ist ja, also. Sieht auch lustig aus. So. Ja. Manche tanzen ihren Namen, manche zeigen es halt mit den Händen. Mein Gott. What the fuck? Alles gut. Gleich mit Waldorf-Schüler. Hand of Blood ist Waldorf-Schüler, glaube ich, ne? Merkt man gar nicht. Hm. Touché. Dann schon, würde ich sagen. Nicht, wie man gemeint. Badischer Dude. Aber merken könnte man es trotzdem. Ja. Bevor wir jetzt hier, das müssten wir in den Titel schreiben, damit wir wieder Hass gewonnen haben. Mit Verklicks kriegen und so weiter. Mit Verklicks kriegen. Stimmt, wir hatten das Gemisch-Dark, haben wir schon abgehakt. Fünf Sekunden über Hand of Blood. Genau, so wie es die Gamester macht, alles mit Hand of Blood. Hand of Blood hat gesagt, das Spiel ist geil. Okay, ja, schön. Oh, jetzt hast du gleich noch die Gamester gedisst. Jetzt bist du aber heiß. Das Problem ist, das Problem ist bei solchen Zeitungen, es gibt ja kaum noch welche. Also es gibt die PC Games, gibt es als, die ich so kenne und die Gamester. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene andere, die aber oft auch gar nicht mehr das sind, was sie mal waren. Also ein, was habe ich letztens gehabt? Haben wir darüber gesprochen, nicht im Podcast? Jetzt muss ich das, jetzt habe ich wieder so Fragmente in meinem Kopf, wo ich erst mal puzzeln muss, dass, wie war denn das? Das Journalismus teilweise, wie war das? Gaming-Journalismus ist teilweise in Hand von Veranstaltern, die sozusagen mit ihren Spielezeitungen Werbung machen für die Publisher, die dann gegen Geld auf ihre Veranstaltung sind. Also sie kriegen praktisch das komplette Paket. Die mieten nicht nur einen Stand auf einer Messe, sondern die kriegen dann auch noch den entsprechenden Artikel mit im Spiel in einer Spielezeitschrift. Müssen wir Andi dafür interviewen. Also das ist teilweise, die Verlage sind in der Hand von Veranstaltern. Diese, was war denn? Ach, Moment, Moment. Die haben das Magazin und dann vermieten sie den Stand an das entsprechende Studio oder was? Ja, an die Firma, an Publisher oder was auch immer, die Spiele machen und machen noch praktisch gleichzeitig einen Artikel in ihrer Zeitung, die auch denen gehört, aber nicht. Nee. Ja, genau. Das ist aber jetzt nicht so ein Aufliegsel von Jan Böhmermann oder doch? Nee, nee, null. Das ist, es gibt sehr viele Redaktionen, die teilweise übernommen wurden. Zum Beispiel, was mich super interessiert hat, es gibt ja, wie wahrscheinlich viele, so ein T-Online, oder T-Online heißt, doch T-Online, eine T-Online-Seite, wo man sich eine kostenlose T-Online-Adresse machen kann oder du bist Telekom-Kunde, hast du auch eine E-Mail-Adresse, die über das gleiche System funktioniert, aber das konnte auch vorher schon jeder eine E-Mail-Adresse von T-Online machen und die ganze Seite sieht auch nach Telekom aus, also es ist dann irgendwie magentafarbene Schriften drauf und du hast den Logger und du hast so eine News-Seite, weißt du, T-Online-News hast du dann so auf der Frontpage und oben kannst du dich in deinen E-Mail-Account einloggen. Der E-Mail-Account, der gehört der Telekom. Alles andere nicht. Aber alles andere nicht. Die ganze Redaktion, das ist irgendwie, keine Ahnung, Burda, nee, keine Ahnung, also ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber das ist nicht mehr, das gehört eigentlich nicht mehr der Telekom. Also irgendwie für mich war das so, das habe ich jetzt erst vor kurzem erfahren, nicht lange her, paar Wochen, Monate, wo ich dachte, äh, das ist für mich so eine, weißt du, wenn du so Telekom liest, denkst du, ja gut, muss ja richtig sein, alles gut, weißt du, so ungefähr. Aber das gehört, die Webseiten zumindest gehören denen nicht. Genauso wie die Giga, Giga-Seiten. Giga ist auch irgendwie, ist auch irgendwie, nicht Giga, also im Ursprung, sondern irgendwie ein anderer, wo habe ich denn diese Information wieder, ich höre viel Scheiß. Ich glaube, das war vom, auf ein Bier, was du mir damals empfohlen hast, dem Podcast. Aha. Hast du mir empfohlen, Ja, ja, ja. Auf ein Bier, da bin ich mir relativisiert, dass das von dir kam. Da hast du gesagt, dass du das hörst, mit dem André Peschke und so weiter. Und ich glaube, die haben sich drüber unterhalten, dass diese verschiedenen Webseiten, wo man denkt, es ist ja jetzt Giga oder so, wobei man glaube ich selber wissen müsste, dass Giga schon lange nicht mehr sendet. Und die werden teilweise von solchen Veranstalterfirmen gehalten, also nicht im direkten Namen unbedingt, aber haben sie zumindest Geld dafür ausgegeben und verkaufen dann Spielepublishern einen Stand auf der Messe und einen Artikel in der nächsten oder auf der Webseite. müssen das echt mal raussuchen. Ich verbreite hier wieder so Halbwissen. Das ist ja hart, ne? Das sind schon Vorwürfe. Ne, das ist ja nichts Illegales. Das ist ja der Witz. Ja, aber es ist irgendwie klingt... Ja. Wie du schon sagst, das könnte auch der Bömermann gerade aufgedeckt haben, ja. Ah, da habe ich was zu. Der hatte auch was gemacht über Lokaljournalismus. Okay. Dass die teilweise die ganzen Redaktionen auch gerade bei Zeitungen im lokalen Bereich im Osten und so weiter von den entsprechenden Parteien sozusagen getragen werden. Also wo dann praktisch... Da gibt es halt keinen anderen Journalismus, keine andere Zeitung, vielleicht noch die Bild-Zeitung im Zweifelsfall parallel. Aber der Lokalteil wird praktisch von dann irgendwelchen AfD-Funktionären da getragen. Und die machen natürlich dann Werbung für sich in diesen Zeitungen. Was jetzt auch wieder wahrscheinlich nicht illegal ist, aber man muss es natürlich wissen, dass dann diese Nachrichten gar nicht so neutral sind. Und die sind ja auch vor... Ja, okay. Die Vorauswahl wurde von wem durchgeführt. Krass. Die können wir rausholen. Das habe ich, glaube ich... Nee, ich weiß... Ja, klar. Ist ja übel. Habe ich noch nie darauf geachtet, weil ich das natürlich nicht lese. Genau. Also diese Blättchen liest ja so gut wie keiner von uns. Das müsste im Magazin Royale gewesen. Sein. Da. Genau. Wie Rechtspopulisten die Krise des Lokalpopulismus ausnutzen. ZDF-Magazin Royale. Fand ich sehr interessant. Und ich glaube, so viel Politisches muss uns erlaubt sein. Er ist auch gekauft, der Böhmermann. Längstversicht. Der hat doch den Brüllberg. Hat er doch. Der hat aber so eine Figur. Das ist so diesen... Diesen Aufregel. Die da oben. So eine Figur, die ja manchmal in einem Podcast spricht. Ja, stimmt. Ich höre den gar nicht mehr. Ich höre auch gar keinen Podcast, wenn du so willst. Weißt du, wer jetzt Podcast hört? Mein Kind. Okay, und was für einen? Jeden Morgen hört der jetzt... Er hat schon Angst, dass er unseren hört? Nein. Abbruch, Abbruch, Nein, da würde ich verbieten. Ja, bitte. Nein, noch nicht, mein Freund. Kommt mal. Nee, er schaut so einen YouTuber gerne, der heißt Banks, hatte ich glaube, schon mal von gesprochen und der macht oft Videos mit einer Awesome Elina, beides Deutsche. Ah, ich wollte gerade sagen, weil Banks und Awesome Elina klingt so, dachte ich, ich kann jetzt schon so gut englisch. Letztens noch seinen Namen in Gebärdensprache gezeigt. In den Armen sitzt er am Tisch und sagt, hello, what's your name? Und dann kriegen wir hier die Krise, weißt du, so aus dem Nichts halt. Ja, aber so gut. Ja, dann ist doch gut, dann logisch ist es gut. Das ist cool. Songtexte durchgehen, wenn du Junior. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ist da noch eine dritte Person mit Bayern, auch weiblich und die drei unterhalten sich da. Auch irgendwie lustig, das dann zu hören und wie er denn sein Frühstück isst und dann zuhört. Und dann reden die über, keine Ahnung, die reden, die reden jetzt keinen Entschluss, also die reden in einer anderen Sprache, als wir es tun. Ja, das ist verständlich. Das ist definitiv, aber jetzt auch nicht schlimm. Weißt du, wie alt die sind? Das kann ich kurz mal Fakten checken. Sind das so 15, 16 oder sind die schon volljährig? Die sind volljährig, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Wobei 15, 16 volljährig ist ja auch kein großer Unterschied, merke ich gerade. Das meine ich damit nicht, aber sind es halt eher so Kitty, Minecraft, bla, bla, bla oder schon erwachsene Menschen. Wie alt ist der Schwert? Wie alt ist Banks in echt? 1990 geboren. Ja, 34, das ist ja. Ja, ja, aber so kommt er auch drüber. Er sieht sehr fresh aus in seinem Sein. Okay. Genau. Und, also der weiß schon, was er erzählt, aber nicht. Und ich glaube, der wohnt sogar in der Schweiz, weil er zu viel Geld verdient. Ich habe keine Ahnung. Möglich. Und er macht fast nur Minecraft-Content. Ist der Podcast, geht der auch um Minecraft oder um was geht es dann? Nee, der geht es ums Allgemeine, so wie wir. Ah, okay. Ich glaube, um Scheißelabern. Ja, ja. Letztens haben sie irgendwie über Tesla geredet und wie gerne sie einen kaufen würde oder wie auch immer. Das ist immer ein Thema. Tesla, diese Elina steht auf Tesla deswegen wahrscheinlich. Ja, Wurscht. Auf jeden Fall hört mein Kind Podcast, weiß Bescheid. Ja, klar, ist ja auch nicht, ist ja okay. Absolut. Komm doch, wenn er im Wasser hört und wenn er jetzt uns hören würde, würde ich sagen, warte mal, kurz, stopp, halt. Nee, nee, nee. Wollte ja auch noch eines gerecht bleiben. Erstmal, wenn ich da sein Porridge zubereite zum Frühstück, weißt du, und dann hinter mir fängt das an, ja, wunderschön, dann würde ich die innerliche Krise kriegen. Wenn du da anfangen würdest zu reden auf einmal. Nee, ich glaube auch, wir sind ein bisschen, also ich möchte jetzt ein Kind von Nettemar nach der Pubertät, würde ich jetzt nicht unseren Podcast vorlesen. Ich glaube, dass wir immer noch sozialverträglicher sind als manche andere Podcasts, aber ich glaube auch, man versteht uns erst ab einem gewissen Alter. So weit würde ich sogar gehen. Ich glaube nicht, dass es uns, gibt es hier 16-Jährige, die hier zuhören? Das wäre nach so das Alter, wo ich sage, könnte noch ein Stück weit. Ja, wobei sich das ja heutzutage verschiebt. Also ich glaube, so wie wir jünger sind und früher dran sind. Nein, also ich glaube, dass heutzutage in 16-Jährigen maximal aufgeklärt ist weiter als ich jemals war in 20 oder so. Also unter Umständen natürlich kann es auch sich komplett anders verteilen, aber you know. Ja. Was mir gerade einfällt, ich bin wirklich gespannt, nochmal zurück auf das VR, wie du das verträgst, wenn du ein eigenes VR-Zeit hast und freie Bewegung hast. Weil zum Beispiel, ich fand es total geil immersiv, weil ich die Pedale neben dir stehen sehe, die bei dir auf dem Tisch da stehen. Autofahren mit VR, das fand ich nämlich total krass. Das Problem war gerade aus, ging noch so, aber sobald so, wenn du Dreher machst im Auto oder sowas, Incent, kotzübel geworden. Okay, also das freie Bewegen war, also witzigerweise hatte ich gar keine Probleme. Nee, also es muss auch nicht sein, muss auch latent, kann man das durch. Ich bin aber, ich habe aber mit damit gerechnet eher, dass mir eher schlecht wird. Ich bin mal gespannt, wenn du einen Shooter spielen kannst, also ich sehe das bei so manchen VR-Youtubern, wo du wirklich frei dich bewegst, also nicht sofort teleportierst in VR. Also in dem, mit dem Shooter, den du gespielt hast, hast du dich in einem gewissen Bereich die ganze Zeit halt bewegt. Du bist aber gelaufen. Ich konnte laufen, genau. Genau, ich meine jetzt aber, dass du in einem Half-Life oder sowas, gibt es ja verschiedene Bewegungsmethoden, indem du dich Stück für Stück vor teleportierst oder wirklich, genau, dass du wie auf dem Controller steuerst und die Figur läuft vorwärts, nur du bewegst dich in diesem Moment nicht vorwärts. Da weiß ich nicht, da bin ich gespannt. Und da kickst, also wenn du das aushalten könntest, dann beleide ich dich hart, weil das ist halt, ich habe da auch so manche, die machen dann richtig, hier Cyberpunk 2077 VR. Du brauchst halt krasse Grafikkarte, aber das Cyberpunk muss so gut sein mittlerweile in VR, dass du da in dieser Welt rumläufst und Motorrad fährst und so in VR. Oha. Da brauchst du halt eine stabile VR-Erfahrung oder wie man das nennen mag oder. Das klingt aber gut, weil das ist ja mein großes Problem, dass der geile Scheiß wird mir einfach kotzübel. Wenn beim Autofahren schlecht, wenn ich selber fahre, das heißt auch schon was, ach Mann ey. Ja, das tut mir leid, ja, also mit sowas hätte ich auch gerechnet, da bin ich tatsächlich gespannt, ja, VR, also das Autofahren wollte ich auf jeden Fall definitiv ausprobieren. Geil wird bestimmt auch fliegen, so hier, was auch cool wird oder hoffe ich cool wird, ist vielleicht No Man's Sky. Da ist ja auch einen guten VR-Modus. Ja, definitiv funktioniert das so gut. Da bin ich sehr gespannt, tatsächlich sogar, ob das jetzt, wie gut das funktionieren kann. Mhm. Ja. Ja. Wenn wir Ende des Jahres hören. VR. Wir werden sehen. Check You No Head Podcast. Ja, Mann. Tja, geht los, so immer einen Meilenstein werden wir erleben noch in den zukünftigen Jahren. Genau, die Zuhörer kamen ja fast aufwachsen hören, sozusagen. Das ist ja auch so bei YouTube so krass, weißt du, da hatte ich letztens einen, der hat das nochmal so mir bewusst gemacht, der irgendwie sagte, hat vor Jahren, vor zehn Jahren, Seven Days, da war er irgendwie 14, jetzt ist er 24, also weißt du, er ist erwachsen geworden mit einem, also zehn Jahre sind ja gerade für junge Menschen extreme, extreme Veränderungen, also. Ja klar, von 14 bis 24 sind ja zwei verschiedene Personen. Also war jetzt nur als Hausnummer, ich meine da nur vergleichbar und das ist mir nochmal so bewusst geworden, ja stimmt, das sind ja über zehn Jahre und das hat ja jemand praktisch damals begonnen. Es muss Leute geben, die das von Anfang bis Ende auch genügend verfolgt haben über diesen Zeitraum, ne. Letztens hat einer geschrieben, ah cool, dass es dich noch gibt, dass du das immer noch durchziehst oder so, also bezogen auf ein Seven Days to Die Videos, was er irgendwie gesehen hat oder so eine Art, ja. Ja. Ja, krass. Das ist krass. Das ist wirklich krass, weil diese Momente zeigen einem erstmal, wie lange man das schon macht, also da wird einem Zeit erstmal bewusst, weil für mich selber sind die vergangenen zehn Jahre, fühlen sich nicht so lang an. Nee. Also obwohl ich sauviel erlebt habe, also was jetzt Spiele angeht und überhaupt so, überhaupt in diese Welt rein zu schnuppen, nicht nur das Spiel zu zocken, sondern halt auch die Menschen dahinter kennen zu lernen. Ja. Was passiert da? Was passiert? Ah, Frau, die, die, nein, die, die, nein, höre ich noch. Nein, die, die, ist leider, die hat maximale Energie. Das ist krass. Wir waren letztens, wann war das, heute ist Donnerstag, Montag, genau. Wir waren mal arbeiten, wir waren beide nicht zu Hause und es war so zum ersten Mal, dass er halt alleine mit den anderen beiden ist und der ist ja noch so, ähm, Menschen, andere Leute, andere Katzen fixiert, dass er diese, diese Abwechslung braucht, weißt du, so, weil er halt aufwächst und der Kopf halt, weißt du, der Körper wächst ja, der, der, der haut sich ja Eindrücke rein ohne Ende. Dann kommst du nach Hause und er ist so aufgeregt und hüpft um mich rum und du, du, ah, wieder jemand da, 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 ah, du ziehst gerade deine Hose aus, wammer da, hinter den Gürtel, du, du, und dann wirklich, ich mach den, wenn ich nach Hause komme, ziehe ich mich normalerweise um. Also die Straßenhose tausche ich gegen eine gemütliche Jogginghose, so, dass ich nicht zu Hause in meinen Tagesklamotten rumrenne und mach den Gürtel auf und der Gürtel hat er so runtergebambelt, so ein bisschen, so ein Ledergürtel und er will dann den Gürtel und ich nehm den hoch und dann denkst du dich, okay, der spielt mit mir und dann zieht er sich an meinen Beinen hoch mit seinen kleinen fiesen Krallen und mittlerweile hat er halt schon so knapp zweieinhalb Kilo und der, also das ist, mittlerweile ist er halt nicht mehr klein und süß, eine Handvoll zieht sich mit seinen Mikro-Krallen an mir hoch, sondern wo du denkst, Digga, das sind richtige Krallen. Sieht man das hier? Ja, ja, ja. Da, die sind entzündet. Schon entzündete Kratzer am Unterarm von gestern. Das hat beim Duschen das hat morgen richtig gut getan. Ja. Der hat so viel Energie. Ja, cool, da bist du bei uns auch. Da bist du ganz los auf, wo du denkst, Digga. Also meine Katze, bei unserer Katze ist es so, ein Auto fährt in Richtung unseres Zuhauses sozusagen, da ist ja dann niemand, die Katze ist ja den ganzen Tag draußen dann und dann fährst du so in die Einfahrt rein und dann steht sie schon vorm Tor und miaut schon. Also die sitzt da, sieht dich und du siehst richtig, wie, also die weiß ja nicht, dass du die nicht hören kannst, aber du siehst richtig, wie der Mund auf und zu geht die ganze Zeit. Dann machst du das Tor auf und die rennt schon mal los zur Tür, dann dauert sie zu lange, kommt sie wieder allein. Weil sie alleine ist, ne? Ja, das ist scheiße für Katzen. Fressen. Ja, das ist auch klar. Nur wegen Fressen. Und dann liegt sie sich, wenn sie fertig ist mit Essen, legt sie sich auch wieder vor die Tür damit, was sie aufmachen. Aber die ist Freigänger, ne? Ja, ja. Ja, dann ist ja gut, dann hat sie Abwechslung draußen. Ja, ja. Also in der Zweifelsfall andere Katzen. Ey, stellenweise liegen hier noch zwei Kater vor die Tür mit ihr zusammen. Ohne Scheiß, die muss da auch entsprechend, sag ich mal. Bekannt sein im Dorf. Was witzig ist denn? Was witzig ist denn? Die kann keine Kinder kriegen und das ist ja auch wichtig. Das ist auch sehr wichtig, glaube ich, bei ihr. Das hättet ihr wahrscheinlich hier richtig zu tun. So ein Material Girl ist etwas. Ist gerade das Kopfkino angegangen und der Madonna-Song hüpft durch den Kopf. Ach, doch. Stellenweise habe ich das Gefühl, es läuft Musik, wenn sie läuft. Ja. Es muss so sein, ja. So selbstverliebt. Begleitet. Ja. Ja. Ja, der hat schon echt unser Leben hart umgekrempelt, muss man schon sagen. Aber ist cool. Ich meine, so wenn du in dem Alltagstor drin bist, weißt du, so wenn du dein Leben so lebst und dann ist ja alles gleich, aber wenn du dann auf einmal wieder so eine krasse Veränderung ins Leben kriegst, ist schon aufregend. Den Schlafmangel brauchst du echt nicht. Das ist ja so eine echte Sache. Das ist echt das Einzige, was... Das ist ja mit Kindern nochmal extremer wahrscheinlich, weil die brauchen ja dringend Aufmerksamkeit. Da kannst du nicht mal weghören, wenn die Katze auch Spiel mit mir macht. Gut soll es bei der Katze auch nicht. Ach, er nutzt das Katzenrad. Supergeil. Wir haben doch vor anderthalb, wahrscheinlich schon wieder drei Jahre her, wie das Leben so spielt, wir haben so ein Katzenrad gekauft. Weißt du, ein großes Laufrad, wo die Katzen sich bewegen können. Da haben wir extra so ein Hightech-Ding gekauft mit Audi A5-Lager, Radnarbe, weißt du, damit es halt super leise läuft, damit es halt nicht hörst, wenn der Kater das benutzt, weil wenn ich nachts im Bett liege, dann will ich ja nicht aufwachen, nur weil da einer im Rad rumrennt. Je nach Belastung. Nee, ist super leise und der hat letztens, keine Ahnung, wir gucken Fernsehen, hörst du auch hin, der quiekt immer so, wie so ein Hundespielzeug, wo man normalerweise reinbeißt, so quiekt der halt. Und dann rennt er im Rad rum und petzt immer und dann will er langsamer machen, das Rad hat aber noch Momente und dann wird er mit einem Mal langsamer und dann fährt der Kater hinten hoch, fällt so halb nach unten, läuft wieder an, also der hat Spaß in dem Ding, findet er super geil. Vielleicht animiert er aber auch dadurch die anderen, dass sie das sehen. Ja, letztens hat Jamie, gibt es auch ein Video bei, ich glaube, meiner Frau im Instagram, da habe ich es auch geteilt, auf meinem Bild glaube ich auch, da gibt es ein Video, wo er davor sitzt und ein anderer rennt. Und kann ich den mal nachher mal schicken. Und der ist krass, der hat da voll Bock drauf und so richtig so, so andere Laute kommen, als ihm raus, so nach dem Bock, ey geil, guck mal wie ich renne. Das braucht er auch. Endlich nutzt er das, weil unsere anderen beiden haben es ja ums Verrecken nicht genutzt bisher. Ist echt schade. Ja, vielleicht animieren die ja. Ja, das wäre cool und wenn er es noch nutzt, auch gut. Ich hoffe halt immer noch für Jamie, dass er ein bisschen Bewegung kriegt und ein bisschen mehr agiler wird. Man muss ja nicht unbedingt hart abnehmen, weil der kriegt halt echt, der kriegt 80 Gramm von uns. Der hat, glaube ich, irgendeinen Gendefekt. Also wir haben bluttechnisch, gesundheitstechnisch, haben wir alles von Diabetes mit allem drum und haben wir getestet, mit Blutzuckertests gemacht, in Abständen, weißt du, um zu gucken, ob er irgendwie unter oder überzuckert ist, damit er so ein Fressding hat. Der kriegt ja teilweise mehr als der Mali und Mali ist ein völlig normaler Kater. Ist halt auch ein großer, der hat ja auch Körperabmaße sind ja schon sehr, sehr groß. Ja. Aber der hat ja normale 6,5 Kilo oder so, das ist für seine Größe, überhaupt völlig normal. Das hat ein richtiger, großer, stabiler Kater. Aber der, die Regie hat mir das Video geschickt. Ah, cool. Sehr gut. Kannst dir mal angucken. Das ist Jamie so davor, denken sie. Die zeigt Jamie, wie das Kattenrad funktioniert. Ja, genau. Run, boy, run. Ja, cool. Ja. Das ist ja auch echt ein Riesending, ja. Ja, das Rad ist groß. Also das ist so hoch wie meine Frau, meine ich. Ja, das Rad ist richtig groß. Boah. 1,60, ich glaube 1,60, 1,65 groß, würde ich schon sagen, ja. Schon sehr groß. Also es geht mir, glaube ich, auch bis hier, bis zum Hals ungefähr. Und ich bin ja 1,92, das kommt ungefähr hin, ja. Schon sehr groß. Also es ist ein massives Ding. Wir haben extra damals noch breiter machen lassen, weil wir wussten ja, was Jamie für ein Brummer ist. Ja, genau. Wenn so ein Rad Momentum hat, so ein Brummer da drin ist, dann, das sind schon Massen, die da bewegt werden. Genau. Ich wollte gerade sagen. Das Ding ist ja, dann kippt es ja wirklich zu einer Seite um und dann rollt er noch ein bisschen. Das hat so Vierkanthölzer, da ist wie so ein, oh, wie soll ich sagen, zwei Ls, die am oberen Ende nochmal verbunden sind durch eine Querstange und an dieser Querstange hängt das Rad. Also das ist richtig super massiv, da kippt gar nichts. Das ist wirklich so gebaut für die Ewigkeit. Das wird, ey, ich meine, du weißt ja, wieviel Auto ein Radlager groß ist. Das ist ja ein, Ist das wirklich ein Audi Radlager verbaut? Ja, 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 ja. Hast du das anfertigen lassen oder wie? Ja, mhm. Es gab so einen Typ über Insta, der verkauft die Dinger, solche Laufräder. Ach, Quark. Das Teure ist leider, also ist leider die Lieferung, weil das halt ein Sperrgut ist. Das hat auch die, wir haben ja extra breit, extra breit und die maximale Höhe, aber die Zusatzbreite haben wir extra bestellt für Jamie und das hat DHL nicht mehr liefern wollen. Und wir reden eben von richtig Speditionskosten, also ich glaube irgendwie 180 Euro Speditionskosten oder sowas in der Art. Das ist echt krass. Das ist wenn du so massives Ding, das ist ja ein Stück. Also es wird in, er hat es in zwei Teilen geliefert, hat es dann selber transportiert, mit einem Transporter, kam er an, der das gebaut hat. Mhm. Und das sind zwei Teilen. Wie fahren dafür? Weiß ich nicht, das ist hier aus dem Raum, ich müsste raussuchen. Achso. Ach nee, gut, also jetzt nicht super. Ist hier irgendwas Regionales, irgendwas über Insta, die bauen so Katzenräder halt in hochwertig und vor allen Dingen halt leise, weil so standen Katzenräder aus einem Tierheim, ach Tierheim, was erzähl ich denn? Aus einem Tierfachmarkt, die sind, ähm, die sind, ähm, mit so, wie so Skateboardrollen drunter. Also da ist praktisch am Boden die Rollen drin und das Holzrad rollt da drauf und dann macht er so, wie so ein Skateboard, das rollt so, genau, ja, genau. Machst du aber so, ich hörst auch so gerne. Da habe ich eine Anekdote zu diesen Geräuschen. Ich fahre in eine Werkstatt, weil ich da ein Auto abgegeben habe und dann habe ich gesagt, Mann, der muss mal gucken, der macht halt so eine Rolle, ich denke, das Radlager vorne rechts, also wenn du eine Rechtskurve machst, macht der, und dann, wenn es aus dem Nebendraum kommt, äh, kannst du es nochmal machen? Und dann mache ich, mach ich dann einfach nochmal und dann sage ich, boah, ich hörst doch so gern. Machst doch nochmal. Und dann wusste er gleich, worauf ich anspiele, weil so, ich habe ihn noch nie gesehen, den Typen, weißt du so, und dann, weil das ist so eine Anspielung auf Werner. Das muss kesseln, weil da ist ja eine Szene, der heißt, dann sagt er, Ico, 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 machst doch nochmal, ich hörst doch gern. Ah, okay. Ico, 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 Ico. Nee, das kann ich mich nicht erinnern. Egal. Auf jeden Fall, das ist so eine lustige Anekdote dazu. In der Werkstatt, ja, ich weiß, wie man in der Werkstatt sprechen muss, ich komme ja aus der Werkstatt, du wirst, da musst du mitmachen. Machst doch nochmal. Ist ja nur menschlich, dass man das nachahmt, wie wenn man Kühe auf der Weide sieht, was du machst, weißt du so. Ja, gut, ja. Soll ich doch von unserer Überlegenheit, Überlegenheit als Mensch auch. Ich glaube, das ist so ein typisches Männerding, wo eine Frau daneben drin, und die nach Augen nach oben rollt. Definitiv nicht. Ich habe schon so oft gesagt, machen Sie es mal bitte nochmal. Nein, 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 Entschuldigung, ich war jetzt bei dem Nachahmen von Kühen oder Tieren. Das meinte ich jetzt. Ja, gut. Es gibt Vögel, die können Kettensägen nachahmen. Und Fotogeräusche. Ja, gut, klar. Das ist Papagei, oder? Dann macht er wirklich so Kettensägen. Die machen, glaube ich, alles. Nervige Viecher. Na gut, kannst du ja noch. Papagei würde ich nehmen. Ja, zur Not brät man halt. Was, was? Zur Not brät man ihn halt, wenn er nervt. Die Katze musste dünsten, hat Paul Panzer schon damals gesagt. Nicht braten? Nee, nee, nee. Das ist ein Temperaturunterschied von mindestens 40 Grad. Ist schon klar. Das ist der Unterschied, das ist ja. Nee, braten ist bestimmt sogar noch. Ich weiß nicht mehr, wie der Gag ging, aber. Er hat doch damals angerufen, Paul Panzer, gibt es doch diesen Telefonstreich, wo er anruft, wird anrufen bei Kleinanzeigen, wie er ruft ein Kätzchen an. Ah ja, okay. Ja, könnte ich die abholen, weil ich will die heute Abend auch noch zubereiten und dünsten. Wie, wollen Sie die essen? Ja. Wollen Sie die braten? Er sagte, nee, nee, dünsten. Das ist mitten unter Temperaturunterschied von mindestens. Ich muss das raussuchen. Das gibt es doch bestimmt, bei YouTube hat das doch bestimmt. Und der Typ so, was? Das ist auch, das ist eine schöne Marktlücke gewesen damals. So eine, so eine, bei Firmen anrufen und dann erklären. Also YouTube, wenn ich bei YouTube hingehe, löst YouTube ja oben die Suche auf und ich gebe Paul Panzer Katzen ein, da steht Paul Panzer Katzen kochen. Was kommt als erstes? Ah, wie geil. Der war der Größte. Katzen dünnsten hier. 1,3 Millionen vor 17 Jahren, das muss er sein, ja. Der Dachdecker, wie hieß denn der Dachdecker? Beneta. Ich komm vorbei. Schau dir da, Dingen. Der ist völlig am Ragen. Das waren, also muss ich sagen, auch selbst zurückblickend sind das geile Dinger gewesen. Also diese, kann ich sagen, dass sie grünes Licht gegeben haben? Was? Wie verbleiben wir? Wie verbleiben wir jetzt? Wie verbleiben wir? Das war immer so. Also da hat die echt. Wir verbleiben, wir verbleiben gar nicht. Ja. Ich hab jetzt einfach eins genommen, was sehr alt ist, mit sehr, sehr viel Aufrufen. Ich hoffe, ansonsten könnt ihr bei YouTuber auch selber mal gucken. Ja, da gibt's schon. Zehn Jahre her. Das ist krass. der Typ. Oder länger wahrscheinlich. Das krasseste fand ich persönlich, also wo man so dachte, oh oh, war, wo er irgendwie einen Schlüsseldienst anruft. Naja, das meine ich doch wahrscheinlich. Ich sage, gib auf. Was? Hast du noch alle? Das bringt ja nichts. Ich mache jetzt hier einen Schlüsseldienst auf. Gib auf. Einfach gut. So stumpf, wo du denkst, yo. Mann, wie ist denn der? Es gibt noch einen, ich komme noch drauf. Oder war das vielleicht sogar der, der mit dem Dachdecker? Der hat den ja mehrfach angerufen. Ich glaube, es waren bestimmt fünf verschiedene Dinger. Der hat den richtig, der hat den, vor allem wenn er die Leute aufgelegt haben, ruft der ja zurück und sagt, ach, wir wurden gerade getrennt. Das konntest du aber wirklich nur in einer Zeit machen, wo nicht jedes Telefon eine Nummer an Anzeige hat. Ach nee, doch, du kannst ja, das glaube ich schon, das hatte schon zu der Zeit, vor 17 Jahren gab es auch schon eine Rufnummern an Anzeige. Nee, aber auch, wo er halt nicht so bekannt ist, also wo das, wo das, ja, wo er halt selber als Figur noch nicht so entdeckt wird. Aber war eine gute Zeit. Ich glaube, der macht ja auch nichts mehr, oder? Macht Paul Panzer noch irgendwas im, im TV. Es mag, mag sogar sein, meine ich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, weil der war zwischendurch, hat er doch bei Twitch auch, äh, getwitcht. Bist du noch bei mir? Der hat, ja, ich habe gerade überlegt, ja, ja, stimmt, aber das war nicht lange. Der hat, glaube ich, in der Zeit, wo der, wo der Kaya-Jana, weil er bei der Kaya-Jana relativ erfolgreich war. Hat er das auch probiert, genau. Ja, ich glaube, das zieht er nicht so durch. Aber ist auch nicht jeder sein, in seinen Dingen. Wir wissen, Alter wurde das eigentlich auch irgendwie, oder? Ich glaube, das Mann, nee, so alt ist der nicht. Ich denke, so wie Kaya-Jana in dem Alter, ja, nee, der wirkt nur so, durch auch das Outfit so ein bisschen. Nee, nee, ich glaube nicht. Das mag sein, ja. Das kriegt man doch raus, muss doch wissen wir. Ja, mit Sicherheit. Wir sind schon wieder am spekulieren. Ich wollte gerade sagen, dennoch haben wir doch das Internet vor. Der 52, ja, so. Ja, siehst du, ist doch alt. Ich glaube, das Grundlegen, jemand der 52 ist, auf Twitch jetzt nicht unbedingt, dass sich latent zurechtfindet. Nicht latent, also nicht der große Teil der, derer, die anfangen, also da musst du ja schon jemanden haben, oder du musst dich hart für interessieren, der dich da auch ranführt. Wie funktioniert das überhaupt? Weil ich finde, Streamen ist schon eine Nummer, wo es viele Sachen gibt, die du erst mal wissen solltest. Weißt du, was ich meine? ja. Also. Aber bist du nicht auch 5? Ja, aber ich habe das ja, ich habe das ja so, peu a peu über die Jahre lernen müssen. Und wenn ich überlege, was ich wusste von vor 10 Jahren, wie man den ganzen YouTube quatscht und so ein Kram macht. Ey, das ist, wie gesagt, ich habe mich ja vor 10 Jahren, habe ich mir einen Bot noch unterhalten. Habe ich einen Bot angeschrieben bei Twitch? Oder wie ist es damals, war das schon Twitch? Hieß das noch anders? Moment. I, ja. Du hast dich mit einem Bot unterhalten? Nee. Ja, da habe ich, damals hatte ich doch, O-Tag habe ich geguckt. O-T-A-Q. O-T-A-Q. Ja. Ja. Der war so ein YouTuber, den ich geschaut habe, bevor ich selber YouTube gemacht habe. Der hat viel Day-Z-Videos gemacht und so ein Kram und den fand ich immer cool. Und der hat auch gestreamt. Zu der Zeit schon. Das hieß aber, wie hieß er denn vor Twitch? Justin. Justin TV, genau. Justin TV. Und da hatte der damals schon einen Bot laufen, der automatisiert einfach Nachrichten in den Chat geschrieben hat. Nämlich sowas wie, wenn du Bock hast, mehr zu gucken, schau auf YouTube vorbei. Blablabla. Ja. Und ich habe das Thema geantwortet. Also ich habe da den Stream, der war dann zu Ende und ich schrieb dieser Bot, oder für mich nicht erkenntlich damals, weil ich nicht mal wusste, was so ein Bot ist. Und schrieb dann irgendwie, und wenn du mehr sehen willst, willst du machen? Ja, ich weiß, ich gucke den schon länger. Warum schreibst du das? Oder sowas in der A. Es war so, weißt du so. Und er hatte sich, oh, wieder eingefangen. Wenn er mal mitgelesen hat. Den tag ich den Dober auf. Ja, genau. Ja. Ja, geil. Maximal peinlich. Aber war ja keiner mehr da. Nö, ich habe da halt auch kein Problem mit. Wenn ich ein Problem hätte, mich peinlich darzustellen, dann würde ich das alles nicht machen. Wenn das ein Problem ist. Stimmt. Stimmt. Das passt schon. Dort ist J. Gelbstechnisch. Ja. Und mal noch, ich weiß nicht, wie lange haben wir schon? Ich habe leider keine... Stunde haben wir. Heike übrigens die letzten zwei Tage Throne of Liberty gespielt. Ah, hast du doch das MMO... MMO habe ich ausprobiert. M-M-M-M-M-M-O ja, ausprobiert so. Tatsächlich, wie alle sagen, es ist ein solides Spiel, das sich sehr gut spielen lässt und auch den Grind bisher. Ich bin jetzt Level 15 oder 12 oder 13 oder so. Wie viel Zeit reden wir da? Die ich gespielt habe bisher, das kann ich genau sagen. Sehr wenig. Also nicht viel, wird nicht viel sein, kann ich mir nicht vorstellen. Wo ist es? Sechs Stunden. Mhm. Ja, das ist ja schon Zeit. Für deine Zeitfelder. Wann habe ich das runtergegangen? Ich glaube. Ah doch, die letzten zwei, drei Tage auf jeden Fall. Also nicht nur zwei, machen wir drei, vier Tage so. Und an sich, also der einzige Manko, das ich jetzt so habe, ist natürlich, dass es irgendwie ein Pay-to-Win ist, aber das hat mich bisher noch gar nicht tangiert. Ist es so? Ist es wirklich ein Pay-to-Win? Das ist ein Babyphone, ich habe ja. Ja. Aber drehen leer. Ja, genau. Okay. Ich habe gerade die Babyphone-Lieferungen bekommen. Und dann ist es, es ist aber leer. Also, nee, Quatsch. Und, ähm, also es tangiert mich jetzt gar nicht. Ich weiß nicht, inwieweit auch man da, jetzt Pay-to-Win, ich glaube, Pay-to-Progress ist das auch eher so. So wie ich es verstanden habe, gibt es die, also, es wurde ja von Amazon entschärft für den europäischen Markt, nämlich, dass du halt mehr Skins und so weiter kaufen kannst. Aber Matze sagte irgendwie zu mir, das ist irgendwie so ein Skin-Set oder sowas, dann teilweise 49 Euro kostet. Oh, ich dachte, brennt euch der Kittel? Also, wir haben uns damals aufgeregt über 20 Euro Skins bei Fortnite. Ja, da denke ich mir halt auch, da denke ich mir halt auch, das wird doch keiner kaufen. Warum macht ihr das? Also, wenige werden es kaufen, bietet es für fünf an und dann ist es immer noch unverschämt, aber, 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 aber dann werden viele das kaufen, das verstehe ich halt nicht, weißt du, so ein Overwatch-Skin war so um die fünf, sechs Euro, meine ich. Und da hat sich jeder schon aufgeregt. Ähm, egal, das ist so ein Punkt, und der letzte, der, also die Steuerung ist so clunky, weißt du, die, die ist nicht, wenn du kurz nach vorne drückst, also drückst W, der macht ja einen richtigen Schritt und du kannst nicht fein justieren, so gefühlt, weißt du? Okay, das kann ich nicht, wenn du drückst und dann läuft es nach? Gefühlt schon, als wenn er so springt und dann nochmal so einen Nachschritt macht und das ist so, aber das macht er jedes Mal, das ist dann vom Gameplay-Loop her oder vom Gameplay selber her nicht so, nicht so geil. Okay, es fühlt sich nicht gut an, das meinst du? nee, nee, es gibt so, es gab gestern so eine Szene, wie auf so einem Haus vor Dach lag ein Zettel, den man hätte mitnehmen können, optional, wenn man wollte und dann habe ich das da vier, fünf Mal probiert, bis ich es tatsächlich geschafft habe, übers Hausdach, also jetzt kein wirklich krasser Parcours, sondern eigentlich nur auf eine Kiste, auf eine Kiste, aufs Dach und dann sich fallen lassen und allein das hat, war so clunky von der Bewegungsart her, dass das tatsächlich schwierig war und man hat das gesagt, oh, ich habe irgendwie dreimal probiert und weißt du so, bis das ging, also es hat schon bei jedem so, ich bin nicht zu doof, um das Ding zu bedienen, aber ansonsten spielt es sich ja schon sehr solide und ich denke mal, da machen die bestimmt noch mal was, aber Ich hatte mir so ein Video, also ich habe bei Matze ein bisschen zuguckt, beim Matze Nordlich Gaming, Grüße an dieser Stelle und dann hatte ich mir ein GameStar Video darüber angeschaut und dann hatten die so ein bisschen darüber erzählt, was man so an Kosten hat und so weiter und dass zum Beispiel auch diese großen Raids, also das Spiel lebt ja davon, sehr, sehr viele Spieler und Spieler gleichzeitig an eine Stelle zu haben, ohne dass das Ding gleich hart ruckelt und das muss anscheinend bei den ersten, ich weiß nicht, wie das heißt, es gibt so riesen Belagerungsdinger, wo man um Burgen kämpft oder so, also es muss richtig massiv sein, das wird dann irgendwie mit tausenden von Spielern gespielt, so habe ich es verstanden, das können aber anscheinend nur die Top-Gilden so spielen, du kannst nicht einfach daran teilnehmen, sondern das machen die, irgendwie die Ruler auf den Servern da oder die größten Verbündnisse sind dabei dann, also du kannst nicht automatisch, du machst jetzt nicht eine eigene Gilder und kannst daran teilnehmen, so geht es nicht. Okay. Also das kommt aber auch erst, das kommt erst im Dezember, diese Belagerung anscheinend oder diese, ich weiß nicht genau, wie es heißt, kenne ich mich zu wenig mit dem Spielen aus. Ja, ist auf jeden Fall so ein Event in der Hand. Aber an sich sind die, also so PvP habe ich noch nicht gemacht, tatsächlich muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich so der Typ bin, die Welt selber gefällt mir sehr gut, die sieht schön aus, die sieht irgendwie auch haptisch, physisch sehr gut aus, weißt du, so, so schon realistisch und, aber diese ganzen Spieler, die dann da rumlaufen, auch, auch entfernt vom, vom eigentlichen Hauptpunkt und dieser, diese Hauptstadt, in der ich jetzt am Anfang bin, die ist halt, also es ist halt wirklich voll mit Spielern, also wirklich viele Spieler sind da drin und immer zu diesen Questpunkten, immer da sammeln sie sich denn, und dann siehst du halt stellenweise so Spieler, die so im AFK-Modus sind, weil sie wahrscheinlich irgendwelche Menüs durchklicken und dann stehen die halt nur so in der Gegend rum, weißt du, das ist irgendwie so, hast du denn vorher MMOs gespielt, war es ja bei vielen so. Das ist so, weiß ich nicht, das ist mir schon bewusst, nee, nee, habe ich so vorher, so, so in MMO definitiv vorher noch nicht und auch nicht so wahrgenommen, nee, also Destiny war da anders und meine Destiny so möchte auch mal sein. Ja, Destiny war auch ein bisschen anderes, ne. Also war es ja maximal welche in den Städten gehabt, ne, die du so gesehen hast. Ja, naja, nicht in den Instanzen, sondern immer auf der Welt selber hast du da welche. Ja, das stimmt und da sind nicht so viele definitiv rumgelaufen wie in Throne in Liberty. Also es ist schon krass, wie viele, ja. Aber so eine, Matze hatte schon ein paar Mal so einen riesen PvP-Schlag, habe ich gesehen bei ihm und das, sieht irgendwie total chaotisch aus, aber irgendwie auch lustig Musik zu jedem. Ja, mal gucken, wie weit ich da jetzt halt investiere. So habe ich jetzt erstmal noch Bock, ein bisschen was mir da anzuschauen, ja. Also macht ihr Bock? Der Kampf selber macht auch Bock und Spaß, wenn du so die Skills so ein bisschen auch dir, wenn du da Bock drauf hast auf eine bestimmte, ich habe so vor, auf kritischen Schadenschance zu gehen, weißt du, und dann deine Sachen da so ein bisschen raussuchst und vielleicht ein cooles Bild hinkriegst, der dann auch, also das Gefühl vom, 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 vom Kampf ist schon, die Gegner haben schon ziemlich viel Leben und du musst schon ganz schön reindreschen, aber wenn du die richtig Kombo ziehst, dann geht das relativ fix. Okay. Und dann, dann macht das Spaß. Ja. Das ist cool. Ja, ich war irgendwie, ich hatte den einen Abend, habe ich lange mit Matze und, ähm, wer ist der? Native Bavarian. Hat er auf einem Discord mit ihm gequatscht und dabei haben wir uns dort über ein Spiel unterhalten. Also nur Matze spielt sie aktuell oder hat es zu dem Zeitpunkt gespielt. Ähm, und, äh, jetzt weiß ich wieder nicht, worauf ich hinaus wollte, weil ich viel zu viel rausgeholt habe. Genau, und dann wollte ich es runterladen, aber dann waren es irgendwie 60 Gigabyte und dann habe ich im Nachgang so gedacht, ich werde da eh nur einmal reingucken oder zweimal und ich wüsste gar nicht, wann ich da die Zeit investiere, weil diese Spiele fressen ja natürlich Zeit, ne? Ja. Und, ähm, habe es dann doch wieder verworfen, weil, naja. Äh, du, das war, das haben wir uns alle gedacht, aber es ist kein Problem. Wo ich mal, ich habe es nicht runtergeladen, nein, nein, wollte, wollte, erst habe es dann dabei gehabt, habe ich gesagt, nee, mache ich eh nicht. Ähm, was ich gesehen, äh, was ich, ich bin letztens so meine Steam-Bibliothek durchgegangen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Hm, ich glaube, es waren Spiele, die ich installiert hatte. Ich hatte noch, äh, ich hatte mal wieder Rackfest rausgekramt und habe so einen kleinen Server aufgesetzt und habe ausprobiert, ob das funktioniert mit dem Server. Ähm, und so ein bisschen um unsere Rackfest zu donnern und da hatte ich immer wieder Bock drauf. Es hat richtig Bock gemacht, also das Fahrgefühl von diesem Stocker, ist das Matsch, ist es ja nicht, so ein bisschen, ne, nicht so unbedingt so befestigt. Da muss ich mir erst hier, was, das Ding steht ja hier, weil der, der Sensor vom Gaspedal kaputt ist. Oh, oh shit. Ja, ja, und da muss ich erst mal, erst mal gucken, wie ich den, äh, repariert oder besorgt kriege. Ah, okay. Aber Bock habe ich schon, klar. Ja, ansonsten mit dem Controller, kann man wunderbar mit dem Xbox-Controller schauen, das geht sehr, sehr gut. Also wenn du einen Controller hast, ist es, wenn ich schon so ein Ding habe, dann. Ja, steht auch neben mir und es ist, genauso mit VR, genau der gleiche Kram. Du darfst nicht mein Maßstab sein. Nein, bitte nicht. Also im VR, freu ich mich, wenn du deine, deine Erfahrungen da machst, aber ich muss mich hart zurückhalten, da irgendwie was Neues haben zu wollen, nur weil das irgendwie zackende Auflösung mehr hat oder so ein Kram, das ist völliger Quatsch. Ja, leid. Ähm, genau, dann hatte ich Workfest mal wieder installiert und der Soundtrack ist ja gut von Workfest, das hatte ich völlig verdrängt. Diese Metal-Dinger da, sind ein paar Dinger dabei, wo du wirklich denkst, ist das legal, also kann ich das spielen im Stream? Man kann es anscheinend spielen im Stream. Also die Musik dahinter. Ja, krass. Workfest war wirklich großartig. Da will ich auf jeden Fall nochmal reinzocken. Da konnte man ja auch mit der Zeit irgendwelche Autoteile freischalten und sein Auto dann weiter ausbauen. Ja, mein ich auch. So ein bisschen Forged gab es da ja schon. Und wir haben am Dienstag mit Spielekaiser und Mario haben wir zusammen Scum nochmal gespielt. Das war sehr witzig. Das hattest du erzählt, ja. Haben wir Magic Mushroom Tour gemacht. Da gibt es so rote Pilze, die, wenn du dann solltest nur einen einwerfen, fährst du einen Trip. Ich war echt froh, als aufgehört hat. Das hat bestimmt gedauert. Eine Stunde. Anderthalte. Was? Das war nicht schön. Das war nicht schön, aber war schon der Plan eures Abends, oder? Ja, es war ganz witzig, mal gesehen zu haben, aber es ist... Säure, sie kann man mit Pilzen im Videospiel. Du hast halt irgendwelche, solche Wellen von außen, die Weitsicht ist wie, so weißt du, dieses Death of Field, also diese Unschärfe im Hintergrund, wird immer krasser, dass du irgendwann nur noch zehn Meter weit gucken kannst. Und dann fliegt da auf einmal ein Rabe rum, der auf deiner Schulter landet. Dann kommen so ganz kleine Horden mit so ganz vielen kleinen Zombies. Die kommen alle, weißt du, wie Gullifers reisen, so weißt du, kommen sie überall an und nerven die ganze Zeit und hüppen um dich rum und du kannst erschlagen, aber die sind nicht wirklich da und irgendwelche Geräusche und Farbverzerrung und wenn du dann, wenn du einen Bogen schießt, siehst du deinen Bogen noch, als du hast einen Stock in der Hand und wenn du deinen Pfeil schießt, dann macht er so Pew, Pew. Also so wie wenn jemand den Mund Pew macht, so wie ich. Echt, ja? Ja, ja, oder wenn du eine Pistole hast und schießt, du machst Peng Peng oder sowas. Ja, oh Mann. Also, Alter. Also die haben sich dafür schon echt was einfallen lassen, sozusagen, dass man sich richtig ordentlich rüberbringt. Peng Peng. Das war wirklich irre. Ja. Sind wir da rumgelaufen, haben Tanzmoves gemacht und das war witzig. Ja, ja. Wir haben offiziell einen PvP-Server gespielt, das war's halt. Ah, noch das nächste Ding. Alles Dinge, die du nicht machst auf dem PvP-Server. Das war geil. Ja, das war geil. Aber es kam jetzt nicht zum Schluss jemand und der ich da dann... Nee, einmal hat's, mich hat's gar nicht erwischt, dann hat's einmal ein Spielkreis, einmal Mario erwischt, weil irgendwelche auch Spieler getroffen haben. Im Endeffekt ist das ja wie der Sie, du hast ja sehr viel Zeit damit, dass du zueinander findest oder irgendwelche Strecken abläufst. Ja, ja. Das ist ja leider, innerhalb eines Streams hast du nicht viel Veränderung oft. Also je nachdem, wie routiniert du auch bist und ich muss sagen, ich hab das zuletzt gespielt im März, das ist jetzt ein halbes Jahr her, da musst du erst mal wieder reinkommen. Schon wieder ein halbes Jahr her. Das Spiel ist ja, ist ja nicht gerade wenig komplex. Also die ganze Bedienung muss man sich ja schon ein bisschen reinarbeiten. Ja. Also lustig, vor allem auch mal wieder eine Runde zu spielen. Mhm. Das macht echt Bock. Ja, ansonsten hab ich auch nichts mehr. Sonst war ja, glaube ich, die Aufnahme erst am Sonntag, das heißt, wir haben ja gar nicht so viele Tage bis zu heute. Nee, stimmt. Pulsar haben wir noch nicht ausprobiert, wobei Mario sagt, er hat's von einem Jahr gezockt. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Veränderungen da schon drin waren, aber wahrscheinlich auch schon ein gutes Stück. Und da hatte ich noch gesagt, irgendein paar I funktionieren und sagt er, äh, nicht so. Also muss anscheinend immer noch so problematisch sein wie damals. Okay, okay. Aber das war ja letztes Mal ja noch so eine Sache. Speedrunners wollte ich mal wieder zocken. Was war das denn? Oh, das ist ein Spiel, das hab ich mit Schnaf und das ist über Jahr, also ewig her. Speedrunners ist so ein Oldschool-Spiel aus 2016. Das müsste noch älter sein. Das war, glaube ich, im Early Access davor. Es hat auf jeden Fall, wenn du es kaufst bei 7, hättest du noch ein 4-Pack. Also kannst du ungefähr abschätzen, wie alt das Spiel ist. So ein Parcours-Spiel, wo man gegeneinander rennt und der letzte scheidet aus. So, der Bildschirm wird immer kleiner am Ende, aber gleich mit Bob haben wir es ganz intensiv gezockt. Kann sein, ne. Ich glaube, ich war nicht dabei. Mit Schnaf auf jeden Fall und so weiter. Das hatte ich mal wieder hervorgekramt. Und ansonsten habe ich nichts gespielt. Ich bin weiterhin bei Coral Island. Ich mache weiterhin Craft Until You Die. The Seven Days to Die Modpack macht Bock. Coral Island ist so richtig chilling, was da alles passiert, ey. Das ist ein krasses Spiel. Wirklich krass. Schade, weil leider auch, wie solche Spiele halt leider Gottes so sind, nicht unbedingt massenkompatibel. Aber ich habe immer wieder, ich habe gerade gestern, da habe ich irgendwie fünf Folgen am Stück aufgenommen. Ich glaube, das hat einfach sich so weggespielt. Das haben wir noch zu tun. Da haben wir noch die Dings. Und jetzt haben wir einen Bienenstock gefunden. Jetzt können wir das noch aufbauen. Kater ist eingezogen. Ich habe mein erstes Postjahr adoptiert da drin. Ja. Und so. Und das sind alles so Schritte, die du bekommst, weil das ist ganz schön, wie lange habe ich jetzt Zeit? Wollen wir mal genau, wie viel Zeit ist da vergangen? Ja, knapp 20 Stunden schon. Also das ist, man hat sehr viel zu tun, das macht einfach Bock. So. Wenn man dann so reinkommt in verschiedene Sachen, die man halt nur zu den verschiedenen Jahreszeiten anbauen kann, dass man halt guckt, dass man jetzt noch sich die Sachen holt, die man gleich für irgendwelche Aufgaben benötigt oder für, du hast ja immer irgendwelche Quests, wo dir jemand was mitbringen muss. Jetzt wollte jemand Papaya, aber Papaya kann ich noch nicht und das ist auch, werde ich auch jetzt zeitlich nicht hinkriegen. Dann kannst du die Hütte ausbauen. Dann gehst du in Dungeon, in, habe ich es jetzt geschafft, in Stockwerk 30 mich runterzuarbeiten. So Minen, da musst du dich durchkämpfen mit Monsters. Ist alles sehr einfach. Ist jetzt nichts super anspruchsvolles. Alles gut. Aber man muss halt gucken, dass dir Energie reicht, dass du halt es schaffst, in die Ebene runterzukommen. Das macht richtig Bock. Und es ist halt so super entschleunigend. Weißt du das? In der guten Art. Ja. Und das finde ich echt gut. Bin ich weiterhin dran. Nice. Ansonsten habe ich nicht viel. Naja, muss ja nicht immer viel sein. Ich habe einen Add-on bekommen, wo ich richtig Bock drauf habe. Muss auch nicht immer viel sein. Das ist ja lustig. Ich gucke gerade durch deine angespielten Spiele hier durch. Kürzlich angespielt. Wo? In der Steam? Wie viele Spiele du da drin hast? Bei Steam? Bei Steam, ja. Ah, okay. Wo sieht man? Ja, kann ich sehen. Kann man selber gucken. Kürzlich angespielt. Ah, kürzlich angespielt. Du hast eine Minute Training gleich gespielt. Du hast eine Minute Vampire Survivor gespielt. In den letzten Maschinen. Einfach nur kürzlich. Was das bedeutet, kann man nicht sagen. Core Keeper. In den letzten zwei Stunden 50 Stunden Games gezockt. Zwei Wochen 50 Stunden. Ja, alles gut. Ja, sieht man schon. Ist schon ein Pensum dazwischen. Deswegen, wenn dann so manch einer fragt, ob man in seiner Freizeit noch spielt. Selten. Meine Frau soll voll versuchen in Core Island. Der ist ihr beutische Schema. Aber das passt mir. Also das hätte ich vorher unterschreiben können, dass das volle Möhre passt. Jetzt hat sie noch gesagt, bei Zurückfahrt hat sie noch gesagt, oh, habe ich lange nicht mehr gespielt. Lego. Da war sie richtig drin. Und Lego hat ja mittlerweile so eine richtige Story, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, mit Star Wars Thema und Sternenzerstörer stürzt ab und all so ein Gram. Und da hat sie auch sehr viel Zeit und verbracht. Aber das ist Core Island ist cool. Und ich habe gesehen, was da noch kommt. die haben wirklich die komplette Stadt ist umgestaltet, wenn es dann Winter wird. Also es sieht so krass aus. Über Leuchtketten hängen rum und so weiter. Also Lichterketten hängen rum. Anderes Gemüse, andere Tiere. Noch erweitert unter Wasserwelt mit anderen Völkern mit auch unter Wasserminen und was da drinsteckt. Das ist praktisch das Soulmask unter den Cosi Farming Spielen. Das Soulmask unter den Cosi Farming. Ja, ist wirklich so. Also inhaltstechnisch haben sie da wirklich sehr viel reingepackt. Ja, cool. Und ansonsten habe ich nichts. Ausprobiert habe ich immer Spiele, aber wenn da irgendwas wäre, was hängen bleibt, würde ich sagen, dann leider sehr viel Scheiß gespielt, muss ich wirklich sagen. Das tut mir wirklich für dich selber leid. Ist einfach verschwendete Zeit. Ja, klar. Es gibt zu viel, es kommt so viele Spiele raus und ich filter ja schon für mich, sagen wir mal, 90 Prozent weg, was ich an Mails kriege und Keys und probiere mein Spiel aus. Wo ich schon reingucken und denke, ach nee, Leute. Diese Deckbilder so mit Karten sind gerade wieder sehr modern. Die können echt gut sein, aber die sind oft auch so lieblos umgesetzt. Das ist wirklich, keine Ahnung. Den Cardshop-Simulator, der ist äußerst positiv. Ja, wird sehr viel gespielt, gerade unter Twitch, Simon. Ich bin mal gespannt. Es kommen jetzt noch zwei Spiele, wo ich mich sehr darauf freue, dieses Jahr. Das ist einmal der Flugsimulator, 25 ist das, glaube ich. Ja, müsste 25 heißen. Also der neuste Flugsimulator von Microsoft, weil du da ja diese Aufgaben drin hast. Da kannst du wie so eine Karriere jetzt machen, was ich super spannend finde. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. und der Farming-Simulator kommt raus, der neue. Da soll ja auch mit zum ersten Mal ohne Mods so, weißt du, dass sich die Erde verändert, wenn du drüber fährst mit dem Trecker und solche Dinge. Das macht es, glaube ich, nochmal richtig immersiv, wenn du das da auch noch mit drin hast, weil das hat ja gefehlt bisher. Bin ich mal gespannt. Also ich weiß noch nicht. Also ich bin auch sehr gespannt. Ich bin ja noch skeptisch, dass das wirklich irgendwie so viel besser oder besser wird als Also mein Favorit ist auch der Flugsimulator, weil ich mal wieder Bock habe zu fliegen. Das hat damals, ich kann mich erinnern, das war so eine ganz andere Welt, als wir da zusammen geflogen sind in dem alten Teil. Kann ich mich erinnern. Das waren ja so, haben wir ja, glaube ich, zwei, dreimal haben wir das gestreamt und ich weiß es, am Anfang war ja erst mal das Bedienen überhaupt abzuheben, ohne die Karre zu crashen. Weißt du, so mit, du hattest ja auch so einen Joystick da mit Schubkontrolle und so ein Kram. Das war, das war doch sehr, äh, ja, es war irgendwie ein anderes Erleben von Spielen, weil es darum ging, einfach nur dieses Flugzeug über die Welt zu bewegen, die Welt sich anzugucken, das fand ich irgendwie großartig. Ja. Ja. Da bin ich gespannt. Ich kann irgendwie nichts zu sagen, weil, also die habe ich halt gar nicht am Zettel. Ich bin gespannt, ob da, ob das was vielleicht nochmal zum Reingucken ist, ja. Ja. Mal gucken. Vielleicht ist auch die Vorstellung zu großartig und dann spürt man es eh nicht richtig, weil es ist wie Autorennen fahren mit einem echten Lenkrad oder, das ist halt, das ist so speziell, finde ich, dass es gar nicht so sich wegzockt. Du machst ja nicht einfach einen Rechner an und zockst mal eine Stunde, sondern das ist ja immer mit irgendwie mehr Aufwand verbunden, wenn ich finde, wenn du, wenn du dann irgendwie noch einen speziellen Joystick aufbauen musst oder sowas. Ja. Oder das Lenkrad. Was ist mit dir? Wer geht? Deine Kamera hat aufgegeben. Ehrlich jetzt? Die ist total unscharf. Ne, ist nur unscharf. Irgendwie hat sie den Fokus. Ah, jetzt geht's, jetzt geht's wieder. Jetzt hat sie die Bericht. Es ist zu dunkel. Ja. Apropos dunkel, ich bin echt hartmüde. Tag war lang. Machen wir dunkel jetzt hier. Machen wir mal Licht aus, würde ich sagen. Ich hoffe, wir hatten Bock auf die Themen, die wir heute mitgebracht haben. Wenn nicht, wir haben uns verbal ausgeleert heute, würde ich sagen. Ja, kann man sagen. Mental auch. Da war ich vorher schon ausgeleert. Da bin ich über Grundvoraussetzungen. Da gehen wir doch leer rein. Mental leer. Rein im Podcast. Was für dich heute? Du gehst mental gestärkt wieder raus, finde ich. Ich bin jetzt froh. Jetzt bin ich durch. Wir haben halb neun, bis wir jetzt fertig sind, ist neun halb zehn und ich bin echt so was von Couch. Siehst du, ich muss noch eine Waschmaschine reparieren. Das hatten wir noch besprochen vorher. Haben wir noch nicht besprochen? Ne, haben wir, aber vorher kamen wir nicht. Dann berichte es das nächste Mal, ob das geklappt hat mit der Waschmaschine. Genau. Ich repariere jetzt noch die, warte, ich will es nur den Zuhörern sagen, die Kohle, wie heißen die Kohle, Stifte, des Elektromotors der Waschmaschine. Das werde ich jetzt erneuern noch schnell. Okay, aber das ziehst du jetzt heute noch durch? Rein von der Theorie. Theorie, ja. Ja, das ist halt immer so ein, ich stelle mir das jetzt sehr einfach vor, weil ich das ja schon vorbereitet habe. Wir werden sehen, wie einfach es am Ende des Tages dann wird. Kann auch sein, dass ich zwischendurch abbreche und dann kotze. Kann passieren. Wobei, ich habe ihn ja schon ausgebaut und das alles und also dem, dementsprechend ist ja nur noch der Weg zurück. Weißt du? Ah, du hast praktisch schon alles demontiert. Das heißt, du musst nur noch die Dinger ersetzen und wieder zusammenschrauben. Richtig. Okay, dann weißt du ja. Und hoffen, dass es denn wieder funktioniert. Ja, das wäre schön. Das stimmt. Aber das wäre ein, okay, dann liegt es halt nicht an den Stiften, dann kann man sagen, gut, dann müssen wir jetzt überlegen, kaufen wir uns einen neuen Motor, weil wir nicht wissen, ob es am Motor liegt oder gleich eine neue Waschmaschine, weil die ist auch schon sechs Jahre locker alt. Locker. Du bist jetzt aber noch nicht so alt, ne? Ja, nee, aber die hat halt schon auch, die ist, die wurde auch gut genutzt da jetzt mal. Da wurden auch mal zehn Kilo eingeladen. Wäsche. Egal? Ich drücke die Daumen. Wir werden es erleben. Nächste Folge reden wir drüber. Habt einen schönen Start in die Woche. Bleibt gesund, es wird ja langsam frisch. Und wir hören uns dann am nächsten Montag wieder oder wann immer. Vermeintlich, ne? Vermeintlich zur nächsten Folge, ja. Jetzt sprich nichts dagegen. Dann, macht's gut. Ich sprich erst mal nichts dagegen. Auch von meiner Seite habt ihr das Go für die nächste Folge. Danke, dass ihr die bis zu Ende geguckt habt, gehört habt und ich winke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.